Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 334 vom 4. Mai 2023, ganz herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hanse, ich bin Journalist. Und ich bin Ulf Buermeyer, Jurist aus Berlin, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Am Anfang jeder Sendung, das kennt ihr, geht es kurz in unsere Hausmitteilungen hinein und da möchten wir zum einen auf unser Lageforum hinweisen, wir bekommen immer noch relativ viel Feedback per Mail, das können wir aber ehrlich gesagt gar nicht alles bearbeiten, weil es dazu ein bisschen zu viel geworden ist, deswegen haben wir ja extra ein Forum eingerichtet für euer Feedback. Richtig, da gibt es mehrere tausend Leute, ich habe jetzt nochmal über siebentausend Leute oder sowas sind da mittlerweile angemeldet, ich habe nochmal geguckt und da gibt es wirklich viel, viel Debatte, aber auch viel, viel Hilfe, viel, viel Hinweise, da werden Themen gesammelt, Themenvorschläge gesammelt, da wird wirklich jeder Aspekt dieser Sendung ausführlich diskutiert. Und deswegen da schauen wir halt auch rein, wenn ihr uns Feedback geben wollt, das ist so der Weg, denn da haben wir das Feedback gesammelt, da wird es dann auch gleich schon eingeordnet, teilweise von anderen Foristinnen und Foristen und das ist quasi so der Kanal, talk.lagedernation.org. Dann noch der Hinweis auf unsere Verlosung, die natürlich noch läuft, verlost wird ein E-Bike, ein VanMoof, ein neues VanMoof wird verlost unter allen Abonnenten und Abonnentinnen, also die Leute, die jetzt schon Abonnenten, Abonnenten sind oder es noch werden bis zum 11. Mai, 13.33 Uhr, dann findet die Verlosung dieses E-Bikes statt. Und ihr werdet Abonnent, Abonnentin, falls ihr da noch einsteigen wollt, unter pluspunkt lagedernation.org. Das hat natürlich vor allen Dingen den Vorteil, dass ihr eine werbefreie Ausgabe bekommt, dass ihr eine auf die Hälfte eingedampfte Version der Lage bekommt, lagekompakt nennen wir das und ihr bekommt ein hervorragendes, gechecktes Transkript der kompletten Sendung, was man super durchsuchen und auch abspielen kann. Ja und vor allem kann man eben quasi mitlesen, während man die Lage hört, das ist das Coole. Da gibt es so eine Funktion, da sieht man quasi im Text immer gerade, was gesprochen wird. Das ist zum Beispiel zum Sprachelernen ganz toll, also für Menschen, für die Deutsch nicht die Muttersprache ist, kann man das wunderbar lernen, indem man halt Lage hört und zugleich mitliest, was im Transkript steht. All das unter pluspunkt lagedernation.org und natürlich auch das gute Gefühl, unabhängigen politischen Journalismus zu unterstützen. Wenn ihr ein kleines oder mittelgroßes Unternehmen habt, also mit Mobilfunkverträgen ab 10 Mitarbeitenden oder ihr seid Entscheider oder Entscheiderin für diese Themen, dann braucht ihr einen Telekommunikationsanbieter, der euch wirklich versteht und euch weiterhilft, vor allem in Krisen wie diesen aktuell. O2 Business hat dem Mittelstand viel mehr zu bieten als nur ein sehr gutes Netz. Da stimmt einfach das Gesamtpaket. Das aufgerüstete 5G-Netz bekommt von Connect ein sehr gut. O2 Business bietet euch aber insgesamt auch ein außergewöhnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Egal, ob eure Mitarbeitenden selten oder flat telefonieren, wenig oder viel High-Speed-Datenvolumen nutzen, O2 Business hat für jeden Bedarf die Tarife, die individuell zu eurem Unternehmen passen. Dabei hilft natürlich der ausgezeichnete und schnelle Firmenkundenservice. Die verstehen eure Bedürfnisse und helfen zuverlässig. Andere Zeiten, andere Lösungen. Geht für weitere Informationen einfach zu o2business.de oder schaut in die Shownotes. In dieser Woche gab es große Aufregung mal wieder. Die Überschrift diesmal in Varianten, sowohl farblich als auch inhaltlich. Vetternwirtschaft, Filz in der Ampel, grüne Vetternwirtschaft im grünen Wirtschaftsministerium, Skandal. Skandal, Skandal, Skandal. Und wir haben uns gedacht, das lohnt sich einfach, das mal so ein bisschen auseinander zu püsseln und so ein bisschen zu schauen, was ist denn eigentlich dran an der ganzen Geschichte? Und vor allem, was können wir politisch lernen über den Einzelfall hinaus dafür, wie man sich korrekt verhält? Also Philipp, es geht um den Protagonisten Patrick Greichen. Der ist 51 Jahre alt und so wie wir hören, fachlich im Grunde anerkannt. Und von Berufswegen zur Zeit einer der sechs Staatssekretäre im BMWK, im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Aber man kann schon sagen, Philipp, er ist glaube ich nicht einer, irgendein Staatssekretär. Nein, er ist nicht irgendeiner. Er ist, glaube ich schon, das kann man schon sagen, war zumindest bisher einer der wichtigsten dort. Zumindest der eine, der den größten Fußabdruck hinterlassen hat, ohne den anderen jetzt Unrecht zu tun. Er gilt so als Habergs Mann der Energiewende. Also der hat auf sein Konto oder auf das Konto seiner Leute, seines Teams, geht das Gesetz zum Austausch alter Öl und Gasheizung. Er steckt halt hinter diesen ganzen Beschleunigungsgesetzen, über die wir auch schon gesprochen haben, für den Ökostromausbau. Und er ist quasi der Mann, der über das Klimaschutzgesetz wacht. Ja, das ist ja vom Umweltministerium eben in das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gewechselt. Sehr zum Leidwesen übrigens der Menschen, die das viele Jahre lang betreut haben im Umweltministerium. Nun gut, und Herr Greichen hat bisher auch einiges gerockt, kann man glaube ich sagen, was auch parteiübergreifend anerkannt wird. Beispielsweise hat er im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass Deutschlands leere Gasspeicher gefüllt werden konnten. Ja, er hat auch an diesem Aufbau der NG-Terminals für Flüssiggas erheblich mitgewirkt, vor allem an dem beschleunigten Aufbau. Da gibt es natürlich jetzt auch Kritik, dass da viel zu viele aufgebaut wurden und dass das eigentlich weit über den Bedarf jetzt da fossile Infrastruktur entstanden ist. Aber gut, also an dem beschleunigten Aufbau der NG-Terminals hat er auf jeden Fall maßgeblich mitgewirkt. Und er hat auch die Verstaatlichung offensichtlich der russischen Energiefirmen, die es ja hier in Deutschland gab, an denen hat er mitgewirkt. So, natürlich war er auch verantwortlich für mindestens eine echte Pleite, nämlich die umstrittene Gasumlage, an die ihr euch vielleicht noch dunkel erinnert, die aber dann ja letztlich nicht gesetzt geworden ist. Wollen wir jetzt nicht nochmal tief einsteigen, aber man merkt schon, er ist jedenfalls ein Experte und auch ein sehr engagierter Kämpfer für Klimaschutz, für insbesondere die Einsparung von Kohlenstoffdioxid. Und das ist kein Zufall, denn vor seiner Zeit im BMWK war der Herr Patrick Greichen Chef eines Thinktanks, nämlich der Organisation Agora Energiewende hier in Berlin. Ja, die hatten wir ja auch schon öfter im Programm, vor allen Dingen hatten die nämlich was ganz interessantes veröffentlicht, was wir hier auch breit gefeatured und besprochen haben. Nämlich bevor die Ampel an den Start ging, hatten die so einen recht ausführlichen Vorschlag, würde ich es mal nennen, formuliert. Was müsste denn die nächste Regierung tun, um im Klimaschutz die Ziele einzuhalten? Da hatten sie das wirklich bis auf Gesetzesformulierungen und Verordnungsvorschläge und so alles runterdekliniert und das ist eben unter der Ägide, unter dem Vorsitz von Greichen damals noch in der Agora Energiewende passiert. So, das kann man sich vorstellen, ein sehr exponierter Verfechter von Klimaschutzmaßnahmen, der macht sich nicht nur Freunde und in dieser Woche ist jetzt tatsächlich, sagen wir mal zweierlei hochgekocht. Es geht also im Kern bei der Debatte um Vetternwirtschaft bei Herrn Greichen um zwei Vorwürfe. Zum einen sollen zu viele Familienmitglieder von Herrn Greichen quasi in seiner Nähe oder in der Nähe des BMWK arbeiten und zum anderen geht es um eine umstrittene Mitwirkung von Herrn Greichen an einer Stellenbesetzung zugunsten seines ehemaligen Trauzeuges. Also der erste Vorwurf würde ich sagen, den kann man relativ schnell abräumen, das ist der dünnere, der eindeutig dünnere der beiden. Da geht es nicht um konkretes Vielfalten von Greichen, sondern einfach, man könnte sagen Stilfragen, obwohl Stil auch schon immer wieder impliziert, dass er da irgendwas aktiv hat machen können. Es geht einfach um die schlichte Tatsache, dass sein Bruder und seine Schwester Verena Greichen im Öko-Institut arbeiten. Das ist so ein privates Forschungsinstitut, wie der Name schon sagt, widmen die sich auch Klima- und Energiefragen vor allen Dingen und beide sind dort Senior Researcher. Und das Problematische ist, dass das Öko-Institut seit vielen, vielen Jahren hochdotierte Aufträge vom Wirtschaftsministerium bekommt, an dessen Spitze nun Patrick Greichen steht. Außerdem ist eben Verena Greichen auch noch mit einem Kollegen von Patrick Greichen verheiratet, nämlich mit dem parlamentarischen Staatssekretär im BMWK Michael Kellner. So, also Öko-Institut und verheiratet. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wo ist das Problem, wenn Bruder und Schwester von Patrick Greichen bei einem Institut arbeiten, das unter anderem vom BMWK Aufträge bekommt? Nun ja, das wäre dann ein Problem, wenn diese Aufträge etwa wegen dieser familiären Nähebeziehung zwischen diesen beiden Greichen Geschwistern und dem dritten Greichen Geschwister vergeben worden wären. Was ist denn davon zu halten? Nein, jetzt muss man sagen, ja, das Öko-Institut bekommt seit vielen Jahren regelmäßig Aufträge vom Wirtschaftsministerium. Studie hier, Studie dazu und da ist auch viel Geld geflossen, da sind viele Millionen Euro geflossen in den letzten Jahren. So weit, so gut, so weit, so normal. Denn die großen Aufträge sind eigentlich an das Öko-Institut geflossen unter dem vorherigen Wirtschaftsminister von der CDU, nämlich Minister Altmaier. Und unter der Ampel sind diese Aufträge des Ministeriums an das Öko-Institut laut SZ sogar zurückgegangen. Tja, also mit anderen Worten, ja, da gibt es eine Nähebeziehung, aber nein, die hat nicht etwa dazu geführt, dass das Öko-Institut bevorzugt worden wäre. Im Gegenteil, wenn überhaupt, steht das Öko-Institut unter dem grünen Minister schlechter da, als unter dem CDU-Minister vorher. Ja, dazu kommt noch, das gehört auch dazu, dass Verena Greichen nicht nur jetzt am Öko-Institut arbeitet, sondern die wurde auch vom Wirtschaftsministerium in den sogenannten Nationalen Wasserstoffrat berufen. Das ist also so ein Experten-Expertinnen-Gremium, die halt darüber beraten und Tipps geben, wie Wasserstoff, grüner Wasserstoff vor allen Dingen in Deutschland vorankommen könnte. Und da sitzt sie auch drin. Aber auch in diese Position wurde sie nicht etwa unter Habeck berufen, sondern noch von dessen Amtsvorgänger als Chef des Wirtschaftsministeriums, nämlich CDU-Mann Peter Altmaier. Also deswegen, Philipp hat es eingangs gesagt, also diese, sagen wir mal, Family-Connection-Vorwürfe, die sind zwar insofern berechtigt, als da tatsächlich Familienmitglieder, sagen wir, in einer gewissen inhaltlichen Nähe arbeiten. Aber es gibt bislang jedenfalls keine Anhaltspunkte dafür, dass da irgendetwas schräg gelaufen wäre. Der zweite Vorwurf hingegen, Philipp, der ist deutlich gravierender. Ja, der ist wirklich gravierender und deswegen breiten wir den hier auch mal aus, weil man da, was es gesagt hat, auch eine Menge lernen kann. Wie gehen wir damit um? Also konkret geht es darum, dass seit Monaten ein neuer Chef gesucht wurde für die deutsche Energieagentur, DENA. Das wird immer so ein bisschen mit staatlichem Think Tank für die Energiewende umschrieben. Ich glaube, das kann man mal, ist ein bisschen vereinfachend, aber es ist eine weitgehend staatliche Institution, die sich halt mit Energie, Energieversorgung auch beschäftigt und die untersteht halt dem Wirtschaftsministerium. Und dann gab es also in den letzten Monaten eine vierköpfige Findungskommission, die gebildet wurde aus vier Personen. Da waren zwei Staatssekretäre drin, der Greichen eben auch und die Chefin, die andere Chefin der DENA. Und die haben zusammen mit Hilfe einer Personalagentur nach Kandidaten gesucht. Wer eignet sich denn hier, wer könnte sich denn als Chef, als neuer Chef oder Co-Chef, das ist ja, für die DENA eignen? Und bei dieser Kommission herausgekommen ist der Kandidatenvorschlag Michael Schäfer. Michael Schäfer saß für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, hat vorher aber auch für die Umweltverbände den Naturschutzbund Deutschland, NABU und den World Wildlife Fund WWF gearbeitet. Vor allem aber, und das macht die Sache so juicy, er war vor, wenn auch 23 Jahren mal Patrick Reichens Trauzeuge. Also es ist eigentlich immer noch offiziell, wenn du einmal Trauzeuge bist, dann bist du immer Trauzeug. Aber die Entscheidung von Greichen, die ihn zum Trauzeugen zu machen, liegt 23 Jahre zurück. Liegt 23 Jahre zurück, also das muss man sich vorstellen. Da gibt es also die vierköpfige Findungskommission, einer von diesen vier Findern ist Patrick Greichen. Dann gibt es halt elf oder zwölf Kandidaten, die singen davor, machen Vorstellungsgespräche. Einer davon ist halt sein Trauzeuge und der wird nun dem Aufsichtsrat der DENA und der Gesellschafterversammlung der DENA vorgeschlagen. Hier, das ist euer neuer Chef, das wäre doch ein guter Kandidat. Beide Gremien der DENA stimmen zu und nun soll, also sollte, muss man sagen, Michael Schäfer am 15.06. als neuer zweiter Chef der DENA anfangen. Tja, und nun muss man sehen, da gibt es natürlich einen ziemlich offensichtlichen Interessenkonflikt. Wenn wir mal unterstellen, dass die auch heute noch so eng befreundet sind, wie sie es vor 23 Jahren waren, das weiß man nicht so richtig. Aber das zeigt sich ab, denn inzwischen hat auch Patrick Greichen diesen Interessenkonflikt selber angezeigt, nämlich bei Robert Habeck, quasi seinem Chef. Das tat er aber jetzt nicht etwa gleich zu Beginn des Verfahrens, als quasi die Akte Michael Schäfer auf seinem Schreibtisch landete, sondern erst nachdem das ganze Verfahren eigentlich schon durch war, insbesondere Schäfer schon von dieser Findungskommission benannt war. Ja, und nachdem der Spiegel einen Artikel, ein bisschen allgemeiner, aber doch über, ich will mal sagen, grünen Filz im Wirtschaftsministerium geschrieben hat. Ich glaube, da war der Fall noch nicht so explizit erwähnt, aber da dürften bei Greichen die Alarmglocken geläutet haben, so möchte ich es mal sagen. Also muss sehen, Patrick Greichen hat das tatsächlich inzwischen auch eingeräumt, dass das ein Fehler war. Auch Robert Habeck, der Minister, spricht von einem Fehler und dieser Fehler soll jetzt auch korrigiert werden. Also das Auswahlverfahren wird neu gestartet, wobei jetzt niemand sagt, dass Schäfer ungeeignet sei. Also niemand erhebt den Vorwurf, dass quasi diese inhaltliche Entscheidung falsch gewesen ist, sondern der Vorwurf kreist darum, dass quasi an dieser Findungskommission in der Person von Patrick Greichen, dem Staatssekretär, jemand mitgewirkt hat, der einfach nicht neutral war, weil er viel zu nah dran war an Michael Schäfer. Und dementsprechend, Philipp, gab es jetzt in dieser Woche große Aufregung. Richtig, Vetternwirtschaft war nur ein Vorwurf, die Union hat gleich den Rauswurf von Patrick Greichen gefordert. CDU-Generalsekretär Mario Czaja sieht gar die Integrität des Bundeswirtschaftsministers selbst infrage gestellt, wie er sagte. Und CSU-Generalsekretär Martin Huber sagte, die Grünen machen das BMWK, also das Wirtschafts- und Klimaministerium, zum Familienministerium. Um bei Habeck Karriere zu machen, muss man offenbar Teil der Familie sein. Robert Habeck muss die Vetternwirtschaft im BMWK um den Greichen-Clan aufklären. Patrick Greichen ist nicht mehr als Staatssekretär haltbar. Tja, da spricht der Fachmann. Da spricht der Fachmann. In Sachen Vetternwirtschaft sind CSU-Leute nun mal Experten. Da galt es ja jahrzehntelang quasi als guter Brauch, dass CSU-Landtagsabgeordnete, quasi alle Männer, ihre jeweiligen Ehefrauen in allen möglichen Positionen beschäftigt haben auf Staatskosten. Also die CSU ist da tatsächlich ganz nah dran am Problem, aber auch CDU-Abgeordneter Timan Kuban und vor allem Boss der Jungen Union Timan Kuban sprach, Zitat, von mafiösen Tendenzen. Stefan Brandner von der AfD sah, grüne Clan-Strukturen am Werk. Jürgen Trittin von den Grünen hat im Deutschlandfunk dagegen von einer Kampagne gesprochen. Er sagt, der Fall war ein Fehler, ist jetzt gelöst, bitte gehen Sie weiter. Nichts mehr zu sehen. Nichts mehr zu sehen. Also ich glaube, die Wahrheit liegt da so ein bisschen in der Mitte. Man kann sich natürlich jetzt die Frage stellen, schreien die Leute rum, weil sie die Person greichen und vor allem sein Engagement für Klimaschutzpolitik falsch finden und deswegen Person und Politik zusammen versenken wollen? Oder regen sich die Leute auf, weil tatsächlich eine Regel gebrochen wurde? Und falls ja, was ist denn ganz konkret diese Regel, die da gebrochen wurde? Ja, vor allen Dingen, wir haben das jetzt auch nochmal reingeschrieben, weil das ja eine ganz grundsätzliche Frage ist für gesellschaftliche Diskussionen. Da wird sich manchmal sehr aufgeregt, weil es einen Aufreger gibt. Die Emotionen schwaben hoch und alle rufen hier, CETA und Mordio hier und da. Und dann kann man, glaube ich, in sehr vielen gesellschaftlichen Debatten dazu aufrufen, sich einmal zurückzulehnen und zu sagen, okay, Aufregen ist einfach, Vetternwirtschaft, das klingt auch nicht gut. Gut, aber was sind denn hier konkret die Regeln, die gebrochen würden? Menschen müssen klare Vorgaben haben, was zu tun ist und was sie lassen sollen. Und wenn wir uns darauf irgendwie mal geeinigt haben, das müssen ja nicht immer Gesetze sein, das können ja auch irgendwelche gesellschaftlichen Normen sein oder so, aber die muss man zumindest mal benennen. Genau, denn der Hintergrund ist dafür, wenn wir möchten, dass Menschen sich an Regeln halten, dann müssen wir uns bei solchen Skandaldebatten schon die Mühe machen, solche Regeln auch mal zu formulieren. Denn andersrum, wenn wir einfach nur unklare Vorwürfe erheben, wie zum Beispiel Vetternwirtschaft, dann führt das eben im Zweifel nicht dazu, dass Menschen sich hinterher anders verhalten, weil sie ja gar nicht wissen, wie die Regel denn eigentlich lautet. Unklare Vorwürfe verunsichern nur die Menschen, führen zu viel Aufregung, die ermöglichen es aber gerade nicht, sich hinterher korrekt zu verhalten, denn dazu muss man ja wissen, was die Verhaltensnorm ist. Das nennt sich im Strafrecht so schön die Garantiefunktion des Strafrechts. Es gibt halt strafrechtliche Normen, die verbieten Diebstahl, Mord und was weiß ich nicht noch alles. Und da weiß man, okay, wenn ich dagegen verstoße, mache ich mich strafbar, aber wenn ich die Regeln allein halte, dann bin ich halt auch nicht strafbar. Das heißt, man hat quasi einen garantierten Raum der Freiheit, solange man sich nur an diese Normen hält. Und deswegen reiten wir so auf der Frage rum, um welche Regeln geht es denn hier? Geht es überhaupt nicht jetzt um konkret Korruption, sondern generell bei solchen Skandaldebatten lohnt sich die Frage nach den Normen, um die es eigentlich geht. Also ich würde mal sagen, klar ist, hier gibt es einen Interessenkonflikt in Patrick Greichen, den er nicht, zumindest nicht rechtzeitig offengelegt hat. Ich glaube, das ist klar. Er hat einerseits die Interesse eines Verwaltungsbeamten, eines Chefs, der neue Positionen besetzen soll und andererseits das Interesse, ja, da gibt es familiäre, freundschaftliche Verbindungen, die einfach eine andere Interessenkonstellation darstellen. Er hat einfach mit seinem Best Buddy Vorstellungsgespräche geführt und nicht ein einziges Mal offensichtlich gedacht oder zumindest nicht so gehandelt. Sollte ich das wirklich machen? Hier liegt die Akte von meinem Trauzeugen auf dem Tisch für die Besetzung eines gut bezahlten, hochdotierten Jobs in einer öffentlich... Ist das ein gut bezahlter Job? Ich glaube, das ist ein ziemlich gut bezahlter. Einen öffentlich bezahlten Job. Sollte ich das wirklich machen? Sollte ich hier wirklich dabei sein oder mich nicht zurückziehen? Das hat er nicht gemacht. Also Bauchgefühl ist klar. Bauchgefühl, Bauchgefühl ist klar. Und die Frage ist jetzt, wie soll man mit solchen Interessenkonflikten in der Politik und vor allen Dingen in der Verwaltung umgehen? Ja, aber trotzdem bleibt eben die Frage, welche Norm hat er verletzt? Ich glaube, das ist schon zweierlei. Man muss sich die Frage stellen, was hat er getan, was er nicht hätte tun dürfen? Und umgekehrt, spiegelbildlich bedeutet das dann, wie muss man sich verhalten, damit man quasi auf der richtigen Seite der Geschichte steht? Und da gibt es in diesem Fall im Kern drei Regeln, die so in Frage kommen. Also zum einen gibt es eine Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung. Dann gibt es quasi da nochmal eine erläuternde Regel dazu. Das nennt sich Verhaltenskodex gegen Korruption. Alles keine Gesetze, alles so untergesetzliche Normen. Und schließlich, das ist jetzt ein Gesetz, nämlich das Verwaltungsverfahrensgesetz. Haben wir auch alles verlinkt. Festhalten können wir, diese Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention, haben wir gelesen, ist nicht so irre lang, führt aber hier nicht weiter im Sinne von, ja, da wird über Korruption gesprochen, das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Also die trifft einfach nicht. Nee. Klarer ist der Fall schon beim Verhaltenskodex. Da lässt sich der Vorwurf relativ deutlich drunter subsumieren. Denn in diesem Verhaltenskodex heißt es, erkennen Sie, also das ist wie eine Anleitung für Behördenangestellte, für Verwaltungsangestellte und Beamte. Erkennen Sie bei einer konkreten dienstlichen Aufgabe eine mögliche Kollision zwischen Ihren dienstlichen Pflichten und Ihren privaten Interessen oder den Interessen Dritter, denen Sie sich verbunden fühlen, so unterrichten Sie darüber Ihren Vorgesetzten oder Ihre Vorgesetzte damit angemessen reagiert werden kann. Mögliche Kollision zwischen Ihren dienstlichen Pflichten und Ihren privaten Interessen oder den Interessen Dritter, denen Sie sich verbunden fühlen können. Mögliche Kollision, dienstliche Pflichten, Interessen Dritter. Das macht im Grunde völlig klar. Natürlich hat der Trauzeuge ein Interesse daran, den Job zu kriegen, dass er sich nicht beworben. Und das dienstliche Interesse, allerdings die dienstliche Pflicht ist Bestenauslese. Das heißt also für einen Job in der Verwaltung den bestmöglichen Kandidaten, die bestmögliche Kandidatin. Mit anderen Worten, Herr Greichen hätte sich nach diesen Regelungen völlig klar bei der Besetzung der Dehnerspitze sofort selbst aus dem Spiel nehmen müssen. Dagegen hat er ganz eindeutig verstoßen. Er hätte zumindest sein Vorgesetzten, so steht das jetzt hier, informieren müssen, damit der angemessene Reaktion. Ja gut, aber da steht ja hin, angemessene Reaktionen zum Beispiel Befreiung von Tätigkeiten im konkreten Einzelfall. Ja, das hätte dann die logische Folge sein. Er hätte dann halt sagen müssen, hey Robert, da hat sich übrigens mein Trauzeuge beworben, ich bin da in der Kommission, keine gute Idee, ich mach das nicht weiter. Such mal jemand anders. Such mal jemand anders, ne? Also das wäre mit einem Telefonanruf hoffentlich oder einem Vermerk hoffentlich vom Tisch gewesen, aber dazu muss man eben die nötige Sensibilität mitbringen. Gegen diese Verhaltensnorm, wenn auch nicht gegen ein Gesetz, hat Greichen hier völlig eindeutig verstoßen. Fragt sich natürlich, was könnte denn die Folge, die Sanktion möglicherweise sein? Ja, um das rauszufinden, habe ich mal bei Norman Löckel angerufen, der ist Fachmann für diese Fragen bei Transparency International Deutschland, also einer NGO, einer Nichtregierungsorganisation, die sich Transparenz auf die Fahnen geschrieben hat, um solchen Problemen auf die Spur zu kommen und Norman Löckel sagt auf die Frage, was müsste denn hier die Sanktion eigentlich sein für Patrick Greichen? Das ist die Aufgabe des Ministers zu entscheiden. In jedem Fall sollte er eine diskriminarische Abmahnung bekommen, denn das kann eigentlich nicht sein. Er müsste darüber informiert sein. Und natürlich sollte er nochmal explizit auf diese Regeln hingewiesen werden. Das gilt übrigens nicht nur für ihn, das gilt auch für die parlamentarische Staatssekretäre, für die es offiziell überhaupt keine Vorgaben gibt. Da muss man kurz sagen, es gibt halt in dem Ministerium vier verbeamtete Staatssekretäre und zwei parlamentarische Staatssekretäre, Staatssekretärinnen. Und der große Unterschied ist in diesem Fall halt hier, die wenigen und schwammigen Regeln, die es gibt für diese Fälle, Interessenkollision, Korruption, die gelten halt nur für die vier verbeamteten Staatssekretäre, von denen Patrick Greichen einer ist. Für diese parlamentarischen Staatssekretäre, so zumindest die Auskunft von Transparency International, gibt es de facto keinerlei Regeln. Ja, Hintergrund ist, die parlamentarischen Staatssekretäre sind, wie der Name schon sagt, Parlamentarier, also Mitglieder des Deutschen Bundestages, die außerdem noch so einen Staatssekretärsjob haben im Parlament, aber eben nicht als Beamte, sondern die Idee ist so ein bisschen, die Exekutive und die Legislative enger aneinander zu koppeln. Aber das war es noch lange nicht, also Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex ist das eine, jetzt kommt das Verwaltungsverfahrensgesetz ins Spiel. Verwaltungsverfahrensgesetz, das ist das Bundesgesetz, das regelt, wie Verwaltungsbehörden eine bestimmte Frage entscheiden, also wie sie einen Bebauungsplan aufstellen oder eben auch, wie sie eine Stelle besetzen, wie in diesem Fall in dieser Dena-Kommission. Und das Verwaltungsverfahrensgesetz, das beschäftigt sich unter anderem mit der Frage der Besorgnis der Befangenheit, nämlich in § 21. Nämlich, und hier heißt es in Absatz 1, liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Amtsausübung zu rechtfertigen. So hat, wer in einem Verwaltungsverfahren für eine Behörde tätig werden soll, den Leiter der Behörde oder den von diesem Beauftragten zu unterrichten und sich auf dessen Anordnung der Mitwirkung zu enthalten. Also auf Deutsch liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen. Also das ist wirklich eine relativ niedrige Latte eigentlich. Wenn ein Grund dafür da ist, dass Misstrauen entstehen könnte in die unparteiische Amtsausübung, dann muss die Person, die an diesem Verwaltungsverfahren beteiligt ist, Vorgesetzten oder einen von dem Vorgesetzten der Vorgesetzten beauftragten Menschen informieren. Ja, nun muss man sehen, es gibt so ein bisschen Zweifel, in welcher Weise genau dieses Gesetz hier greift, weil beamtenrechtlich nämlich gar nicht so ganz einfach ist, ob der Greichen als Staatssekretär überhaupt einen Vorgesetzten hat, ob Habeck dienstrechtlich gesehen sein Vorgesetzter ist. Das konnten wir jetzt kurzfristig nicht klären, aber klar ist auch, er hätte auf jeden Fall eben den Minister fragen können oder die Person, die als Antikorruptionsbeauftragte des BMWK tätig ist. Da wird es sicherlich irgendwen geben, der dafür zuständig ist. Also da hätte es schon Wege gegeben. Aber man muss sich ja vor allem die Frage stellen, ob Greichen denn jetzt eigentlich befangen wäre im Sinne dieses Gesetzes. Und wir haben jetzt nicht direkt eine gerichtliche Entscheidung gefunden zu dem Fall des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Aber es gibt natürlich parallele Regelungen zur Besorgnis der Befangenheit auch in allen möglichen Prozessordnungen, unter anderem auch in der Zivilprozessordnung. Und dazu hatte das Oberlandesgericht München vor etwa zehn Jahren mal über den Fall eines Richters zu entscheiden, bei dem der Anwalt einer der Parteien in einem Zivilrechtsstreit, also wo sich zwei streitende Parteien gegenüberstanden, Trauzeuge gewesen war. Also zwei Parteien vor dem Landgericht, beide haben einen Anwalt und der eine Anwalt war zufällig Trauzeuge gewesen des Richters. Und da sagt das Oberlandesgericht in München völlig klar, eine Freundschaft, also Freundschaft, die über eine bloße Bekanntschaft, man grüßt sich hinausgeht und ihren Ausdruck sogar darin findet, dass man Trauzeuge war, ist mit einer Verwandtschaft vergleichbar, sagt das ORG. Und außerdem weist es darauf hin, dass es ja nicht darum geht, ob der Richter oder bei 21 Verwaltungsverfahrensgesetz die Verwaltungsmitarbeiterin, der Verwaltungsmitarbeiter tatsächlich befangen ist, sondern es geht allein um den Anschein. Ja, denn, sagt das Oberlandesgericht, es ist der anderen Partei nicht zuzumuten, darauf zu vertrauen, dass eine unzulässige Einflussnahme schon unterbleiben werde. Ja, da reicht also die reine Sorge aus, dass es eine Befangenheit sein könnte, um zu sagen, geht nicht. Und das ist ja derselbe Geist, der auch aus Paragraf 21 Verwaltungsverfahrensgesetz spricht. Wenn es einen Grund dafür gibt, der geeignet ist, Misstrauen zu säen, dann gehen schon die roten Lichter an. Genau, und mit anderen Worten, auch da muss man sehr deutlich sagen, auch nach den Maßstäben von Paragraf 21 des Verwaltungsverfahrensgesetzes hätte Patrick Reichen sich aus dem Spiel nehmen müssen. Ja, und was ist denn jetzt die Lehre? Also man kann, glaube ich, mal festhalten, ja, es gibt Regeln, ja, zumindest für die verbeamteten Staatssekretäre und sowieso für alle anderen Verwaltungsmenschen in den Behörden auch, aber die sind schon doch recht schwammig und auch unverbindlich. So Richtlinien und irgendwelche Kodizes und so richtig Gesetzescharakter haben die zumindest auf Bundesebene nicht. Ja, also ich finde, ich finde, das kann man generell so sagen. In diesem Fall würde ich sagen, ist die Sache spätestens durch ein 20 Verwaltungsverfahrensgesetz relativ klar. Aber wenn jetzt der nicht einschlägig wäre und wenn es nur um diesen Verwaltungskodex ginge, dann würde ich auch sagen, da bräuchte es mehr Regelungen. Und das ist ja auch die Forderung von Transparency International, die eben sagen, diese Kodizes, die müssten alle mal in Gesetzesform gegossen werden. Nicht immer hat man so quasi den glücklichen Fall, dass es schon ein Gesetz gibt, das den Fall regelt. Bei den Ländern, das sagen Sie, in vielen Bundesländern sei das der Fall, weil da die Kommunen noch mit den Ländern verbandelt werden müssen und deswegen hätten viele dieser Interessenskonflikt und Korruptionsregelungen in den Bundesländern oft schon Gesetzescharakter. Also da gibt es durchaus Vorbilder. Ja, ein Spezialproblem in diesem konkreten Fall ist, dass es ja gar nicht so richtig um Korruption geht, sondern es geht eigentlich vor allem darum, wie man eine Stelle zu besetzen hat. Und da findet unser Ansprechpartner bei Transparency International ganz unabhängig auch vom konkreten Fall, dass Stellenbesetzungsverfahren in Deutschland viel zu intransparent ablaufen. Denn Stellenbesetzungsverfahren und insbesondere auch das Ergebnis, zu dem diese Verfahren kommen, die würden kaum objektiv geprüft. So jedenfalls die Kritik. Denn die Öffentlichkeit bekommt in aller Regel ja gar keinen Einblick in die Bewerbung. Also man erfährt nicht, wer sich bewirbt für ein öffentliches Amt. Schon mal gar nicht erfährt man die Bewerbungsunterlagen. Das wäre ja auch total spannend, welche Zeugnisse haben die Leute denn eigentlich und was für Beurteilung oder so. Und man sieht auch öffentlich nicht das Ranking. Die einzige Möglichkeit, so ein Besetzungsverfahren zu kontrollieren, ist die sogenannte Konkurrentenklage. Also wenn eine Konkurrentin um die Stelle, die die Stelle nicht bekommen hat, hinterher hingeht und zum Beispiel das Verwaltungsgericht anruft. Aber dazu muss man eben immerhin eine Klage anstrengen. Mit einem Risiken. Mit einem Risiken. Mit einem Risiken. Mit einem Risiken. Und wenn du verlierst, dann musst du zahlen und so. Ja und vor allem gilt das ja oft als Ende der Karriere. Es hängt so ein bisschen von dem sozialen Kontext ab. Aber es gibt so bestimmte Bereiche, wo man das einfach nicht macht. Das war lange in der Justiz auch so, dass man einfach nicht um Stellen sich kloppte vor dem Verwaltungsgericht. Das ist so in den letzten Jahren so ein bisschen eingerissen. Es gab da in Berlin auch eine Reihe von Besetzungsverfahren, die extrem streitig waren. Aber das war lange Zeit ein totales No-Go. Das tat man eben einfach nicht. Und es wurde einem vor allem von der Dienstbehörde auch extrem zum Nachteil angerechnet. Das lief tatsächlich so, man musste warten, bis man angerufen wird. Ah, wir haben hier eine Ausschreibung, bewerben Sie sich da doch mal. Und wer sich bewarb, ohne angerufen worden zu sein, der kriegt den schwarzen Strich auf die Personalakte. Das hat natürlich nie irgendwer offiziell gesagt. Aber so lief das halt in der Praxis ab, in ganz vielen Behörden. Und deswegen ist das, also der Bottomline ist, es gibt einfach bislang keine effektive Kontrolle von Besetzungsverfahren. Aber Transparency International sagt, das könnte auch besser laufen. Ja, Sie sagen, das gibt abprobte Verfahren, wie man die Qualität von Besetzungsverfahren eben deutlich verbessern kann. Das sagt uns Norman Löckel von Transparency International. Er sagt, wir können da durchaus vom Ausland lernen. Denn dort gibt es zum Teil eine eigene Behörde, die für die Besetzung von Stellen in der Verwaltung zuständig ist. So eine Behörde würde erst einmal Transparenz schaffen, indem sie offenlegt, wie die Verfahren ablaufen. Das läuft im Ausland auch über anonymisierte Listen, wo man schauen kann, wer wie in den jeweiligen Ausfallverfahren abgeschnitten hat. Diese Behörden ermöglichen auch eine einfache Überprüfung von Auswahlverfahren, sodass man sich nicht auf langwierige Gerichtprozesse einlassen muss. In anderen Worten, es lässt sich für die Öffentlichkeit, aber auch für die Betroffenen sehr leicht erkennen, ob tatsächlich eine leistungsorientierte Einstellung erfolgt ist oder ob tatsächlich eher parteipolitische Kriterien eine Rolle gespielt haben oder gar sogar rein persönliche Interessenverknüpfung. Ja, stellen wir uns das nur vor bei Patrick Reichen und dieser DNA-Besetzung, wenn es da jetzt öffentliche Listen gäbe, es wäre klar, wer ausgeschrieben, es wäre klar, wer für die Öffentlichkeit hat sich da beworben, dann wäre das vielleicht schon viel schneller aufgeflogen oder gar nicht erst so weit gekommen. Vorbild, sagt Herr Löckel, seien Kanada, Irland, aber vor allem die EU. Ja, genau. Also in der EU gibt es nämlich eine eigene Behörde namens EPSOS, die für die Stellenbesetzungen zuständig ist. Und da läuft das so in so einem ganz groben, in einem zweistufigen Verfahren. Also EPSOS führt regelmäßig für die EU einen sogenannten Concours durch. Das ist ein bisschen nach französischem Vorbild. Das ist so eine Art Bewerbungsverfahren slash Assessment Center für alle, die bei der EU arbeiten wollen in ganz unterschiedlichen Positionen. Das heißt, man bewirbt sich jetzt nicht für den einen Job in der Generaldirektion sonst was, sondern man bewirbt sich pauschal für Jobs bei der EU. Und dann landet man, wenn man es schafft, in einem großen Pool von Menschen, die eingestellt werden können. Und aus diesem Pool dann können EU-Behörden Menschen gewinnen, beziehungsweise aus diesem Pool heraus kann man sich dann gegebenenfalls auch auf Stellen bewerben. Das heißt also, es gibt da so einen ersten Vorfilter, wo die fachliche Eignung gecheckt wird. Und alle, die in diesem Pool landen, sind im Prinzip super. Und erst dann geht es überhaupt um die Frage, wo werden die Leute möglicherweise eingesetzt? Und auch lange nicht alle, die einmal in dem Pool gelandet sind, bekommen dann auch hinterher eine Stelle bei der EU-Kommission zum Beispiel. Ja, und diese Behörde ist halt auch noch Anhörungsinstanz für Bewerber, Bewerberinnen und Behörden können das dann auch checken, selber checken und checken lassen. Also das hat viele Vorteile für eigentlich alle Beteiligten, für die Behörden selber, für die Bewerber, Bewerberinnen, auch für die Öffentlichkeit. Es ist einfach ein unabhängigeres, transparenteres und besser geregeltes Verfahren, um wirklich die Besten der Besten auszuwählen. Jetzt gibt's aber ja noch ein Vorwurf, der ein bisschen darüber hinausgeht und der jetzt nicht nur Greichen betrifft, sondern auch Robert Habeck und das ganze Ministerium. So der Vorwurf, ja, da in diesem Klimaministerium, da sitzt ja so eine grüne Truppe. Es ist quasi rekrutiert aus Weggefährten, Weggefährtin der Umweltbewegung. Ja, also man sollte sich mal sehen, das ist ein Ministerium mit hunderten von Referentinnen und Referenten und wir haben es hier mit einer Handvoll von Menschen zu tun. Der Eindruck, der da erweckt wird, ist denke ich schon mal rein zahlenmäßig nicht so ganz nachzuvollziehen und wir haben auch in der Lage schon immer wieder darüber berichtet. Ich denke da zum Beispiel an diese Förderungen für die Energiehäuser, Philipp, dass da also in Hintergrundgesprächen uns sehr deutlich gemacht wurde, also die politischen Vorgaben der Hausleitung werden auch ganz gerne mal ausgebremst von Leuten, die hier im Apparat noch irgendwie warm und trocken sitzen und aus CDU-Zeiten stammen. Also ich glaube, man kann wirklich nicht sagen, dass das ganze Haus da jetzt irgendwie auf Linie sei, aber trotzdem lohnt es sich natürlich mal, sich die Frage zu stellen, sind diese Netzwerke irgendwie ein Problem, Philipp? Und du hast da jetzt mal so verschiedene Typen aufgemacht. Da gibt es zum Beispiel Netzwerk Typ 1, wo die Leute inhaltlich, fachlich verdrahtet sind. Ja, da würde ich schon sagen, dass das mit so der Unproblematis, nicht völlig unproblematisch, aber so der normalste, würde ich so sagen, Netzwerktyp ist, wo man sagt, ja, die Leute kennen sich, man muss zusammenarbeiten. Dazu gehört einfach Vertrauen so sehr wie Fachkenntnis. Und das macht man halt mit Leuten, die man kennenlernt, die man in fachlichen Kreisen kennenlernt. Und natürlich gibt es da Netzwerke, man tauscht sich aus und davon profitiert auch, glaube ich, die Öffentlichkeit. Da gibt es durchaus einen Mehrwert. Aber im öffentlichen Dienst, in der Verwaltung, in Ministerien, gibt es da halt Hürden. Genau, also ganz klar, im öffentlichen Dienst geht das nicht. Im öffentlichen Dienst geht das eben nicht, das persönliche Netzwerke, das zentrale Kriterium. Im Gegenteil, da gilt halt ganz klar die besten Auslese. Also die öffentliche Verwaltung muss nach objektiven Kriterien und nicht nach Netzwerken einstellen. Jedenfalls bei den allermeisten Stellen, da darf die persönliche Nähe keine Rolle spielen. Aber es gibt auch Ausnahmen. Und da, glaube ich, ist diese Geschichte mit diesen persönlichen Netzwerken tatsächlich auch mal in Ordnung. Das sind nämlich die sogenannten Führungspositionen. Also Stichwort politische Beamte. Das sind also Beamte, Abteilungsleiter aufwärts zum Beispiel. Die können nämlich jederzeit in den einswertigen Ruhestand versetzt werden, wenn das Vertrauensverhältnis zur Hausspitze zerrüttet ist. Genau. Und das ist dann auch für die Leute hart. Ohne Begründung jederzeit. Aber auf der anderen Seite bei voller Bezahlung bis zur Pension. Fallen weich. Aber klar, das Argument ist, Minister, Ministerin braucht einfach Vertrauenspersonen in seinem, in ihrem Umkreis. Und deswegen können halt Abteilungsleiter aufwärts die Leute mit Bekannten besetzt werden, Vertrauten besetzt werden. Das macht ja schon Sinn, dass sich Habeck und Greichen mit Klima- und Umweltexperten umgeben. Nicht irgendwie mit, keine Ahnung, LeugnerInnen des Klimawandels, dann mit denen man jeden Morgen erstmal Grundsatzdebatten führt. Und in diese Kategorie fällt so dieser, würde ich mal sagen, so dieser anderthalbte angebliche Skandal in der Ampel, der Filzskandal, nämlich der angebliche Filzskandal bei Volker Wissing im Verkehrsministerium. Da hat das Bild irgendwie scharf geschossen. Finde ich total interessant. Die Bild, die ja wie man aus den Döpfner SMS weiß von Döpfner eigentlich, also vom Springer-Boss, eigentlich auf Pro-FDP-Kurs eingeschworen ist. Die Bild hat jetzt zur Abwechslung also mal gegen die FDP geschossen. Und zwar mit der Überschrift, Zitat, jetzt auch Filzalarm bei der FDP. Ja, der Vorwurf war, dass Volker Wissing gleich mehrere Stellen in seinem Verkehrsministerium mit alten Vertrauten aus den Reihen der FDP besetzt habe. Ohne diese Position auszuschreiben. Das ist der Vorwurf. Und das soll da um 18, insgesamt 18 Stellen gegangen sein, die ohne Ausschreibung vergeben wurden. Davon, das ist wohl bekannt, fünf Abteilungsleiter. So geht das zumindest aus der Antwort auf eine kleine Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag hervor, die bild.de angeblich vorlegt. Wir konnten jetzt nicht checken, was diese anderen Positionen umfassen, ob das auch Abteilungsleiter sind oder andere. Das konnte man jetzt nicht so genau sagen. Ich habe deswegen mal Norman Löckel auch hier von TI Deutschland auch nach diesem Fall gefragt, ob er da ein Problem, ein Skandal sieht. Zitat, völlig üblich in Deutschland, war schon immer so. Keine Unart der FDP, macht jede andere Farbe auch so. Kein Rechtsverstoß. Das ist einfach so. Ist einfach so. Das ist halt diese Sonderregel, Abteilungsleiter, Staatssekretäre und so weiter und so weiter. Kann man eben in einen, zwei Ruhestand versetzen. Aber auf der anderen Seite kann man sie eben auch nach politischen oder persönlichen Gesichtspunkten besetzen. Und wie gesagt, das finde ich auch richtig. Ich meine mal ganz ehrlich, das ganze Ministerium kann man natürlich nicht quasi farblich kodieren. Aber dass man wenigstens seine unmittelbare Umgebung und die Leitungsebene quasi auf Linie bringt, finde ich total normal. Wie soll denn sonst so ein Haus zu führen sein? Herr Löckel sagt, das muss man nicht so machen. Also es gibt durchaus Länder UK zum Beispiel, da ist das anders. Da überleben angeblich auch solche politischen Beamten, also herausgehobene Positionen, auch so Regierungswechsel und solche Sachen. Wie gesagt, das kann man so machen. In Deutschland aber ist die Lage ziemlich klar. Politische Beamte, Abteilungsleiter aufwärts darf man ohne Ausschreibung besetzen. Im UK wird das übrigens auch schon seit Jahrzehnten als Problem gesehen. Also falls jemand zufällig diese wunderschöne BBC-Satire-Serie aus den 80ern kennt, Yes Minister. Ich will das nicht tief vertiefen, aber guckt euch das mal an, gibt es bestimmt irgendwo in diesem großen weiten Internet. Da sieht man nämlich sehr schön, wie ein Minister, der Minister for Administrative Affairs, Mr. Hacker, von seinen beiden Mitarbeitern in seinem Büro letzten Endes bei jeder einzelnen Frage an die Wand gespielt wird. Das ist ganz großartig. Diese beiden Jungs, die leben so richtig schön dieses Motto, mir doch wurscht, wer unter mir Minister ist. So, das ist so der eine Netzwerktyp. Bekannte, fachliche, freundschaftliche Beziehungen. Ich würde mal den zweiten Netzwerktyp, den finde ich schon ein bisschen schwieriger. Da ist es, wenn zu diesem Netzwerk wirtschaftliche Interessen sich dazu gesellen. Also wenn dann auch finanzielle Interessen von bestimmten Gruppen und einem selber mit dem Gemeinwohl konfligieren. Also was weiß ich, wenn Abgeordnete in Aufsichtsräten, in x Aufsichtsräten mitunter von Banken beispielsweise sitzen und dann über Bankenfragen im Parlament entscheiden sollen, dann ist das eine Art von Netzwerk, finde ich, die extrem problematisch ist. Ja, insbesondere wenn die Banken dann auch noch schon Gesetzentwürfe für Bankenregulierung schreiben und der Mensch ist im Auswichtsrat, die dann auch noch politisch quasi einbringt und so. Also dann, da gibt es halt alle möglichen Formen von Filz, die einfach extrem gefährlich sind. Ja, so das ist, das ist so, das ist so, würde ich sagen, die zweite Kategorie und die dritte und da kommen wir dann wieder zum Anfang zurück, ist halt der Netzwerktyp Familie. Auch da gibt es einfach Interessen und Bindungen in der Familie, die mit dem Gemeinwohl konfligieren können. Wenn Familienmitglieder einfach fachlich Unsinn machen, dann ist es einfach schwieriger, Konsequenzen zu ziehen, weil es nicht nur eine fachliche Ebene gibt, wo man dann sagt, kann, so hast du einen schlechten Job gemacht, du musst gehen, sondern es gibt eben diese familiäre Ebene, wo man die Leute wieder sieht, wo es Abhängigkeiten gibt, wo man sie dann bei Familie treffen sieht, wo man sich rechtfertigen muss und so, was dann eben dazu führen kann, dass die Konsequenzen nicht rein fachlich, inhaltlich so gezogen werden, wie sie gezogen werden müssten. Ja, also Beispiel, wenn also jetzt Greichens Trauzeuge bei der Diener einen schlechten Job machen sollte und Greichen, das haben wir jetzt nochmal geprüft, aber da irgendwie für irgendeine Form von Aufsicht zuständig ist, ist natürlich schwierig. Er kann den Mann ja nicht einfach so rausschmeißen oder ohne sich mit seinem Trauzeuge. Ja, ich glaube für den Rausschmiss wäre hier Aufsichtsrat und Gesellschaftsversammlung zuständig, deswegen ist das jetzt auch so ein bisschen kompliziert, diesen Prozess neu aufzurollen. Aber trotzdem, das ist im Prinzip das Fatale an solch familiären Beziehungen und Interessenskonflikten. Wie ist jetzt aber das Fazit in Sachen Greichen? Also ich denke, Greichen hat hier gegen das Verwaltungsverfahrensgesetz verstoßen, nach allem, was wir wissen. Aber er hat auf jeden Fall das politische Gespür vermissen lassen und diese Antikorruptionsregelungen, die es ja gibt, auch wenn sie nicht direkt gesetzlich sind, verletzt. Damit hat er einfach einen großen politischen Fehler gemacht. Er hat nämlich politischen Gegnern Munition geliefert, gegen ihn persönlich. Aber das nutzt man dann natürlich auch, um die Gesetze zu zerpflücken, für die eben Herr Greichen zuständig ist. Insbesondere klimaschützende Gesetze, wie die Regelungen zum Heizungsaustausch und andere Gesetze. Und mal ganz ehrlich, das ist halt auch ein riesiges politisches Problem für Robert Habeck, eben als Chef von Herrn Greichen. Denn für ihn ist ja seine persönliche Glaubwürdigkeit eigentlich fast seine wichtigste Waffe, sein wichtigstes Pfund, mit dem er wuchern kann. Er kann eben relativ gut reden und er stellt sich auch hin und versucht, die Menschen zu überzeugen. Und dafür ist eben Glaubwürdigkeit unabdingbar. Und wenn er die verspielt, hat er einfach ein Problem. Ja, ich glaube, es ist aber auch wahr, dass die Gegner Greichen diese Vorlage natürlich jetzt nutzen, um ihren ohnehin sehr aktiven Kampf gegen die Klimapolitik neu zu intensivieren. Rücktrittsforderungen links und rechts haben wir gesagt. Und ich finde, ich glaube, das ist auch eben gefährlich für Habeck. Weil jetzt, wenn es wirklich dazu führt, dass er jetzt zurücktreten muss oder dass zum Beispiel dann sein Heizungsgesetz jetzt, wie das im Parlament liegt, so nicht durchkommt oder völlig zerpflückt wird, dann wird das für ihn einfach gefährlich. Weil es ja letztlich für ihn auch darum geht, werde ich Kanzlerkandidat oder nicht? Wir haben in zwei Jahren Wahlen. Er will Kanzler werden, glaube ich, davon kann man mal ausgehen. Und wenn es ihm jetzt gelänge, dieses Heizungsgesetz durchzubringen und eine wirklich unkondizierte, gute Förderung auf den Weg zu bringen, wo alle sagen, ja super, dann stünde er da in diesem Rennen einfach relativ gut da. Während wenn das Ding kaputt geht, weil sein Staatssekretär jetzt hier was verbockt hat, dann ist das schon fürs Klima sowieso, aber auch für ihn persönlich und seine Karriere echt ein ziemlicher Dämpfer. Ja genau. Und der Fall Greichen zeigt natürlich auch so die diversen Wänden zum Schutz des Klimas, die so anstehen von Mobilitätswende bis eben zur Heizungswende. Die stehen auf einem relativ wackeligen Fundament. Das sind eben nur relativ wenige Leute, die da die nötige Expertise mitbringen, die da diese Gesetze entwerfen und durchboxen. Und wenn natürlich jetzt die Opposition sich auf diese Leute einschießt und damit auch noch Erfolg hat, ja, wegen solcher, ich sag mal, Anfängerfehler wie hier von Greichen, dann schadet das dem Anliegen des Klimaschutzes natürlich massiv. Werbung. Das Risiko, Opfer eines Cyberangriffs zu werden, ist aufgrund der aktuellen politischen Lage wahrscheinlich so hoch wie nie gerade. Aber zum Glück steht ihr dieser Gefahr nicht hilflos gegenüber. Ihr könnt Daten sicher und verschlüsselt austauschen und zwar ohne großen administrativen Aufwand betreiben zu müssen. Ganz einfach und unkompliziert geht das mit F-Tapi, der Plattform für einen sicheren Datenaustausch. Über ein Outlook-Ad-In könnt ihr Daten in jeder Größe sicher empfangen und versenden. Wer sich das jetzt kompliziert vorstellt, dem sei versichert. F-Tapi hat das so intuitiv gestaltet, dass das meiste davon wirklich unauffällig im Hintergrund einfach passiert. Damit werden eure E-Mails super sicher und DSGVO-konform. Zudem lassen sich mit F-Tapi sensible Daten einfach und ebenso sicher in sogenannten Datenräumen über den Browser teilen. Nur ihr bestimmt, wer auf eure Daten Zugriff hat. F-Tapi. Datentransfer einfach sicher gemacht. Mehr Infos dazu unter Lage.link-F-Tapi oder direkt unter F-Tapi.com-Lage. F-Tapi schreibt man übrigens F-T-A-P-I. Zu unserem nächsten Thema. Wir hatten ja hier schon ausführlich sogar über die Verkleinerung des Bundestags berichtet. Das Ding ist ja jetzt auch durch und gesetzt, wenn auch nicht ganz unumstritten, aber es ist gesetzt. Der Bundestag wird verkleinert und ehrlich gesagt war ich so ein bisschen der Meinung, damit ist das Wahlrecht jetzt aber auch reformiert und das Thema erstmal gegessen bis auf weiteres. Und dann fiel aber letzte Woche ein Abschlussbericht einer Bundestagskommission zur Reform des Wahlrechts ins Internet. Und da war ich ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, das Ding wäre durch. Tja, turns out die Größe des Bundestags und natürlich auch die Frage, wer überhaupt so reinkommt in den Bundestag, das ist nur eins der vielen Probleme des Wahlrechts. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr Fragen, die sich so beantworten lassen auf verschiedenste Weise bei der Frage, nämlich wie repräsentiert man eigentlich ein Wahlvolk von über 80 Millionen Menschen in einem Berliner Parlament. Und da dachten wir uns, da laden wir doch mal eine geschätzte Kollegin ein, um das ein bisschen ausführlicher zu diskutieren. Ja, und zwar haben wir gedacht, holen wir uns mal in die Sendung. Sandra Schulz, geschätzte Kollegin vom Deutschlandfunk, moderiert da die Info am Morgen. Sehr hörenswerte, informative Sendung jeden Morgen. Außerdem ist sie Mitglied im Team vom Podcast Der Tag. Nebenbei ist sie auch Juristin. Ganz herzlich willkommen, Sandra in der Lage. Hallo ihr beiden, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Sag mal, warst du auch so überrascht von dem Bericht? Hast du auch in der Wahrnehmung gelebt, dass das Wahlrecht jetzt eigentlich reformiert ist? Ging mir ganz genauso. Ich habe mich spontan gefragt, was diese Kommission jetzt eigentlich beruflich macht, weil ich tatsächlich auch dachte, also dieser dicke Batzen, diese Reform des Wahlrechts, die ist ja jetzt tatsächlich beschlossen und verkündet. Im Frühjahr habt ihr ja auch sehr genau berichtet und auch analysiert. Aber tatsächlich hat diese Kommission, die im vergangenen Jahr eingesetzt worden ist von der Ampel-Koalition, hat noch eine ganze Reihe anderer Themen auch richtig super Arbeitsauftrag auf dem Zettel gehabt. Also die Suche nach einer verfassungskonformen Lösung, nach verfassungskonformen Vorschlägen, um den Frauenanteil im Parlament zu steigern. Die Frage, wie ist es eigentlich mit dem Wahlalter? Sollte das von 18 auf 16 abgesenkt werden? Und tatsächlich bearbeitet hat die Kommission jetzt auch noch die Frage, wie oft der Bundestag eigentlich neu gewählt werden sollte? Ich finde, das ist schon auch ein sehr relevantes Thema, weil wir natürlich hier auch vor dem Problem stehen. Es gibt wahnsinnig viele Themen, von denen vor allem jetzt junge Menschen betroffen sind oder sein werden, also Altersvorsorge, Digitalisierung, Bildungspolitik, aber vor allen Dingen natürlich Klima. Gleichzeitig aber haben Stimmen, also bei Wahlen, Wahlstimmen junger Menschen immer weniger Gewicht, weil unsere Gesellschaft ja immer älter wird und immer mehr Alte bestimmen also die Welt in 30, 40 Jahren, wie sie dann aussieht, wenn die Alten, die jetzt ihre Stimme abgeben, aber schon längst tot sind. Und deswegen hat die Kommission da Vorschläge gemacht. Ja, also es gab die Idee, das Wahlalter von 18 auf 16 abzusenken und da haben sich auch die Ampelvertreter und auch deren Sachverständige darunter versammelt, wie auch die Mitglieder, die die Linkspartei gestellt hat. Aber das ist schon der erste Knackpunkt und auch die erste Enttäuschung für die, die das jetzt wollen, nämlich, dass das allein ja nicht reicht. Also die 18 Jahre, diese Altersgrenze, die steht im Grundgesetz und deswegen braucht es da ja die Zweidrittelmehrheit. Ja, ganz genau. Das wissen altgediente Hörerinnen und Hörer der Lage natürlich, wenn das Grundgesetz geändert werden soll, dann gibt es dafür eine relativ hohe formelle Hürde. Da muss man sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit erreichen und Artikel 38 des Grundgesetzes regelt zurzeit in Absatz 2, wahlberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Da gibt es eigentlich nichts misszuverstehen. Das heißt also, ein Wahlalter 16 geht nur, wenn dieser Artikel 38 Absatz 2 des Grundgesetzes geändert werden sollte, Sander. Und da bist du pessimistisch, dass da die entsprechenden Zweidrittelmehrheiten zustande kommen. Genau. In der Kommission selbst, jetzt haben sich konkret die Abgeordneten von der CDU, von der Union und auch von der AfD dagegen entschieden oder dagegen geäußert. Und das ist ja völlig klar. Also es müsste der Bundestag beschließen und diese Mehrheit, die ist jetzt im Moment nicht in Sicht. Was ich aber interessant fand, war, dass Konstantin Kuhle, also einer der FDP-Vertreter in dieser Kommission, dass der schon in der letzten Sitzung angekündigt hat, dass es da noch eine Diskussion geben werde. Auf europäischer Ebene ist ja auch die Absenkung von 18 auf 16 schon beschlossene Sache. Ich vermute, dass uns das Thema nochmal anlachen wird, wenn dieser Abschlussbericht, wenn der offiziell übergeben ist. Das ist für Mitte Mai geplant. Ah, das heißt, der ist noch gar nicht offiziell vorgestellt. Das ist so, wie Philipp sagt, der ist halt mal so ins Internet gefallen, irgendwie vom Laster gefallen. Genau. Also es gab diese letzte Sitzung der Kommission. Die war Ende letzter Woche. Und da sind eben so die allerletzten Abstimmungen gelaufen. Und da haben die Kommissionsmitglieder aber auch nochmal, wie ich fand, sich sehr interessant auch zusammenfassend geäußert haben. Also alle Vertreterinnen und Vertreter in der Runde, das abgesehen von der AfD, das Format gelobt. Haben die extrem sachorientierte Art zu diskutieren gelobt. Den Mut, da auch über den Tellerrand zu blicken. Da gab es eben auch Lob an das Format. Insofern, dass die Sachverständigen, die ja dabei waren, es waren 13 Abgeordnete und auch 13 Sachverständige, dass die eben auch viel Sachebene reingebracht haben in die Diskussion. Das weiß ich tatsächlich auch aus vertraulichen Gesprächen mit WissenschaftlerInnen, die da drin saßen, dass das tatsächlich wohl ein sehr angenehmes und eben tatsächlich zielorientiertes, sachorientiertes Diskussionsklima war, wie gesagt, mit Ausnahme der AfD. Aber was mich da nochmal interessieren würde, ist, ich meine, dieses Wahlalter 16, das haben wir zum Teil auf kommunaler Ebene, haben wir das ja schon. Und jetzt gibt es natürlich immer das Argument, ja, man ist erst mit 18 reif, um zu wählen und so. Wissen wir von irgendwelchen Erfahrungen, von schlechten Erfahrungen mit diesem Wahlalter 16 irgendwas? Wir wissen, dass sich die Wahlbeteiligung in der Altersgruppe, also bei diesen Erstwählern, dass die sich in eher engeren Grenzen hält. Was aber jetzt per se, ich noch nicht unbedingt für eine schlechte Erfahrung oder für ein Gegenargument halten würde. Das ist ja im ersten Schritt ein Angebot. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir schwingt, also wenn ich diese Debatte höre, Absenkung des Wahlalters von 18 auf 16, bei mir schwingt immer der Gedanke mit, warum denn eigentlich nur auf 16? Was ist denn mit den anderen Minderjährigen eigentlich? Ja, ich glaube, da spielt eine große Rolle, dass man sich dann immer die Frage stellt, können diese Menschen denn überhaupt schon für sich verantwortlich entscheiden? Also ich meine zum Beispiel Kaufverträge oder andere wirtschaftliche Verträge sind ja im Prinzip erst rechtlich bindend ab dem Alter 18. Es gibt natürlich auch da bestimmte Sonderregeln für jüngere Menschen, wann auch die wirksame Verträge schließen können. Das blenden wir jetzt mal aus. Aber jedenfalls so die Grenze zur Volljährigkeit ist eben das 18. Lebensjahr. Und ich glaube, da gibt es immer so ein bisschen die Sorge, dass jüngere Menschen politische Entscheidungen gar nicht verantwortlich treffen könnten angeblich. Aber Sonder, es gibt da ja auch noch andere Modelle, wie man die Repräsentation von Menschen unter dieser Schwelle von 18 Jahren möglicherweise verbessern könnte. Stichwort Familienwahl. Genau, das ist diese Diskussion. Ich verfolge das so ein bisschen hobbyartig seit einiger Zeit, weil ich finde, dass da einfach vom demokratischen Impact eine ganze Menge drin steckt. Denn wenn wir überlegen, Minderjährige haben wir ja gar nicht so wenige in der Republik, sind mehr als 14 Millionen und ja auch mehr als 15 Prozent überhaupt der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Die Minderjährigen sind ja schon auch Staatsbürgerinnen und Staatsbürger dieses Landes. Und dieses Familienwahlrecht, das wird manchmal auch, oder diese Diskussion wird manchmal auch genannt, Wahlrecht von Geburt an. Das ist eine ziemlich alte Diskussion, schon eine ziemlich Spezialdiskussion, würde ich sagen, die aber schon auch im parlamentarischen Raum immer wieder auch ihren Niederschlag gefunden hat. Aber wie soll das denn funktionieren? Erklär doch mal, also als Dreijähriger kann man jetzt ja schlecht ins Wahllokal tigern. Aber Minderjährig heißt 0 bis 18. Ja, von Geburt an, das ist die Idee. Aber ein Dreijähriger kann jetzt ja schlecht ins Wahllokal tigern. Wie soll das denn konkret funktionieren, dass eine Person, die jetzt eben, wenn man ehrlich ist, weder sich selber eine Meinung bilden kann, noch rein physisch ins Wahllokal gehen kann? Bleiben wir bei deinem Beispiel, ja, der kleine Tim mit sechs Monaten. Wie kann der denn sein Wahlrecht von Geburt an ausüben? Ehrliche Antwort, wahrscheinlich gar nicht, beziehungsweise über eine Stellvertreterlösung. Und da denken wir alle natürlich sofort an die Eltern. Also diese Vorschläge für ein Familienwahlrecht, für ein Wahlrechtangebot an, die zielen darauf ab, die Eltern stellvertretend, also im Interesse ihrer Kinder, diese Wahlentscheidung so lange treffen zu lassen, bis die es selbst können. Stellen sich natürlich tausend Nachfragen, schon allein dieses, bis sie es selbst können. Da hat dieser eine parlamentarische Vorstoß, der jetzt auch schon ein paar Jahre alt ist, 2008 hat es den gegeben, mehr als 40 Parlamentarier, interessanterweise aus allen Fraktionen, der hat gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Kind, der Minderjährige, der Nachwuchs sagt, wisst ihr was, liebe Eltern, danke, dass ihr bis jetzt für mich gewählt habt, jetzt würde ich das lieber gerne selbst machen und ich gehe dann jetzt mal eben und lasse mich eintragen ins Wahlregister. Gibt natürlich auch da die Idee von starreren Altersgrenzen oder auch den, wie ich finde, ziemlich weitgehenden Vorschlag, bis zum 18. Lebensjahr machen das dann die Eltern, finde ich eine Vorstellung, die mir auch nicht so sonderlich lebensnah erscheint. Aber also da gäbe es dann viele Detailfragen zu klären, logischerweise. Aber das würde bedeuten, also eine Familie, zwei Erwachsene, drei Kinder, die hätten dann de facto fünf Stimmen statt zwei und drei davon sind auf wie auch immer irgendwie delegiert und die Kinder können sich das dann wie auch immer irgendwann zurückholen, entweder automatisch oder per Akklamation sagen, ich will jetzt selber, die Vollmacht ist hier beendet. Ich meine, ich habe von diesem Konzept noch nie was gehört und die Frage ist natürlich jetzt ein bisschen, also wenn die Union, wenn die Union schon Probleme hat, Leute ab 16 wählen zu lassen, ohne jetzt der Union da zu viel ins Programm zu schreiben, würde ich denken, wenn Einjährige wählen sollen, haben sie damit noch viel größere Probleme. Was ist denn, hast du da ein Gefühl aus diesem Report, aus diesem Empfehlung, also offensichtlich empfiehlt diese Kommission ja was, darüber nachzudenken, das einzuführen oder was schreiben die da rein? Ach, das muss ich jetzt der Ehrlichkeit halber dazu sagen, die Kommission sagt dazu gar nichts. Also die Kommission hat sich jetzt wirklich nur beschäftigt mit der Absenkung von 18 auf 16 und genau, das ist wirklich eine wichtige Klarstellung. Im Parlament gibt es nicht den Hauch einer Chance, dass sowas mehrheitsfähig ist oder wird. Wie gesagt, der letzte Vorstoß 2008, da waren es 40 Abgeordnete und auch dafür bräuchte man ja die Verfassungsändernde, also die Zweidrittelmehrheit. Also das ist ein wirklich reines Gedankenspiel. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt zwar hier einige Pro-Argumente genannt, aber also das Selbstgespräch, dass ich darüber mit mir selbst führe, das ist auch noch gar nicht zu Ende. Also ich stehe da selbst ambivalent davor. Denn lass mir einen ganz spannenden Punkt noch sagen, also die, die dagegen sind, das ist auch verfassungsrechtlich umstritten. Also das Letzte, was im Parlament dazu zu hören war, das war eine Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes von vor einigen Jahren. Und die blättern das eben ganz interessant auf, dass eben das auch wirklich verfassungsrechtlich umstritten ist. Also die Dreh- und Angelpunkt ist dann die Gleichheit der Wahl. Philipp, du hast es ja gesagt, genau dieser Punkt, dass Eltern dann ja de facto mehr Stimmen bekommen würden. Das kann man natürlich als ganz massive Gefährdung der Gleichheit der Wahl sehen. Und das finde ich so spannend, weil eben das Gegenargument, mehr Generationengerechtigkeit, mehr Staatsbürger und Staatsbürger an die Wahlurne zu holen, genau das fordert ja auch diesen Topos heraus, der Gleichheit der Wahl. Also die Stimmen unter und durch den Rost fallen zu lassen, ist eigentlich auch unbefriedigend. Also ich finde es einfach total spannend, Sander, dass du das mal angesprochen hast, auch wenn das jetzt eben nicht Gegenstand dieser Reformüberlegung der Kommission war, weil es halt einfach mal so ein bisschen sensibilisiert dafür, wie viele Menschen in Deutschland leben, die von den Entscheidungen der heutigen Politik massiv betroffen sein werden, die aber auf diese heutige Politik überhaupt keinen Einfluss nehmen können. Noch nicht mal quasi mittelbar über Bande über ihre Eltern zum Beispiel. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Menschen, die Generationen sagen wir mal 70, 80 plus, die von der heutigen Politik, jedenfalls von den mittel- bis langfristigen Entscheidungen absehbar nicht mehr betroffen sein werden, die aber sehr wohl Einfluss nehmen können. Und das ist einfach ein ganz krasses Repräsentationsproblem, finde ich. Und diese Diskussion um das Familienwahlrecht, so wenig Chancen es haben mag, auch Realisierung, die Diskussion legt da den Finger in die Wunde. Die Diskussion macht deutlich, dass einfach die demokratische Repräsentation, so wie wir sie heute organisiert haben, einfach so ihre Defizite hat. Und das finde ich total wertvoll. Natürlich ist unsere Demokratie so quasi das Beste aller schlechten Modelle. Aber ich finde es einfach wertvoll, sich über die Grenzen, die Probleme Gedanken zu machen. Denn das weitet so ein bisschen den Blick, das öffnet so ein bisschen den Blick darauf, was man vielleicht verbessern sollte. Und ich meine, einen ganz konkreten Vorschlag hat ja tatsächlich diese Kommission gemacht, der aus meiner Sicht wahrscheinlich doch realistischer ist. Ja, der wahrscheinlich realistischer ist und der jetzt auch nicht so revolutionär ist wie dieses Familienrecht, Wählen ab eins. Sondern da geht es um die Frage Legislaturperiode. Also wie lange ist eigentlich eine gewählte Regierung im Amt? Wie lange hat sie eigentlich Zeit, um zu wirken? Das ist ja auf Bundesebene bekanntlich vier Jahre aktuell und die Kommission schlägt fünf Jahre vor. Da gibt es ja auch andere Länder, in denen das schon so praktiziert wird. Ich würde jetzt mal so spontan in die Runde rufen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Also wir steuern ja auf Halbzeit Ampel zu. Und de facto ist es so, dass die bis zur Sommerpause jetzt eigentlich die großen Sachen durchhaben müssen. Weil nach der Sommerpause beginnt dann so der halbe Wahlkampf. Und die großen Geschichten werden sie dann nicht mehr durchkriegen. Also jedenfalls ist das so ein bisschen die Wahrnehmung. Also wenn man mit Bundestagsabgeordneten spricht, dann sagen die alle, also ganz ehrlich, man braucht erstmal, gerade die Neuen sagen, also man braucht eine ganze Weile, bis man reinkommt. Eigentlich braucht man eine ganze Legislaturperiode, bis man richtig arbeitsfähig ist. Also erst ab dem fünften Jahr ist man so richtig eingearbeitet. Das ist quasi so das Persönliche für die Menschen, die im Bundestag sitzen. Aber auch so thematisch, inhaltlich, Philipp, hast du, glaube ich, da einen wichtigen Punkt gemacht. Also jedenfalls ab dem dreieinhalbten Jahr. Wenn so dreieinhalb Jahre rum sind von der Legislatur, dann denken im Grunde alle nur noch daran, wann ist die nächste Bundestagswahl, wann kocht das hier hoch? Und dann sinkt die Kompromissbereitschaft, die ja, wie soll ich sagen, jetzt ohnehin nicht gerade ein Markenzeichen der Ampel ist. Und insofern, glaube ich, öffnen fünf Jahre einfach die Chance, dass man mindestens ein Jahr gewinnt für produktive Arbeit, wo man sich einfach nicht um den Wahlkampf kümmert. Ich weiß nicht, Sandra, was ist denn so, was ist deine Wahl? Geht mir ganz ähnlich. Ich hätte Bauchschmerzen, wenn jetzt die Rede davon wäre, von vier auf acht Jahre. Also ein wirklich komplett anderes Setting wäre das ja logischerweise. Aber ich glaube, gerade eine Anhebung von vier auf fünf Jahren, das wäre wirklich eine homöopathische Dosis. Und tatsächlich in den meisten Bundesländern ist das ja auch schon die Regel. Also die Wahlen auf Landesebene alle fünf Jahre hätte ich kein großes Thema mit. Also interessanterweise, das war ja jetzt wirklich eine der konkreten Empfehlungen, die auch mehrheitsfähig war in der Kommission, ist aber überhaupt noch nicht parlamentarisch in der Mache. Also da bin ich jetzt auch gespannt, wie das weiterläuft. Wahrscheinlich auch dazu mehr dann ab Mitte März, wenn das offiziell vorgestellt ist. Aber da zeichnet sich immerhin eine Mehrheit ab. Da zeichnet sich eine Mehrheit ab, oder? Ja, also ich denke, das hat gute Chancen, Realität, parlamentarische Realität zu werden. Die Frage ist dann natürlich auch, ab wann. Ja, also mir fällt dazu nur eine Sache ein. Ich glaube, wenn man eine Regierung länger an der Macht lässt und ihr mehr Zeit gibt zu wirken, dann muss, glaube ich, insgesamt die Verantwortlichkeit für dieses Wirken geschärft werden. Damit die Leute sehen, okay, wir übertragen euch jetzt fünf Jahre lang die Macht. Ihr habt ein Jahr lang länger Zeit zu wirken. Dementsprechend wichtiger ist es, oder wird es vielleicht auch dann zu wählen, weil man den Leuten länger die Macht verleiht, weil sie länger haben zu wirken. Und ich finde, in dem Kontext ist so diese Verantwortungsdiffusion, die wir auf allen Ebenen erleben, schädlich. Weil die Wahlentscheidung wichtiger wird, aber unklar ist in ganz vielen Bereichen, wer ist denn jetzt eigentlich für was verantwortlich? Wer hat denn hier eigentlich was genau entschieden? Wo hat der Bundesrat mitgemischt? Wieso hat denn die Union, die jetzt in der Opposition ist über den Bundesrat und die Länder da irgendwie beim Bürgergeld mitgemischt? Wer ist denn jetzt eigentlich genau dafür verantwortlich? Ich glaube, um sowas gerechtfertigen zu können, den Leuten länger die Macht zu geben, muss einfach auch mehr klar sein, wer für was die Verantwortung trägt. Und ich finde, das ist eine Voraussetzung dafür und eigentlich ein guter Anlass, das mal zu tun. Ja, was natürlich in einem Dreierbündnis auch nicht unbedingt einfacher ist als in einem Zweierbündnis. Ja, also vielleicht um das Problem nur noch ein bisschen zu verdeutlichen, auf das Philipp angespielt hat. Das hatten wir in der Lage schon verschiedentlich, aber ich finde, es passt hier ganz wunderbar rein. Das ist das Problem, Philipp hat es Verantwortungsdiffusion genannt. Man kann es auch als quasi die ganz große Koalition bezeichnen. Es gibt einfach viele Bundesgesetze, die der Bundestag beschlossen hat, die aber nur dann den Bundesrat passieren können, wenn auch im Bundesrat nach heutigem Stand eine absolute Mehrheit zustellt. Und da wiederum ist das Problem, dass in den Koalitionsverträgen auf Länderebene typischerweise geregelt ist, wenn sich die Koalitionsparteien auf Landesebene nicht einig sind, dann enthalten sie sich im Bundesrat das ganze Land, weil das Land seine Stimmen nur einheitlich abgeben kann. Und das führt dann dazu, dass de facto, sobald eine Partei in einem Land mit einem Bundesgesetz ein Problem hat, das Land sich enthält. Und das zählt im Bundesrat, weil eine absolute Mehrheit von Ja-Stimmen erforderlich ist, de facto als Nein. Das heißt, eine einzige Partei in einer Landeskoalition hat quasi ein Vetorecht für das Land. Und dadurch kommen extrem schnell die Mehrheiten für Zustimmungsgesetze im Bundesrat nicht zustande, sobald, wie gesagt, eine Partei auf Landesebene damit ein Problem hat und in ausreichend Landesregierungen sitzt. Und da, finde ich, hat Philipp einen wichtigen Punkt aufgemacht. Diese Verantwortungsdiffusion führt eben dazu, dass man eine ganz große Koalition braucht. Und zwar Beispiel Bürgergeld, Philipp, das du gebracht hast. Da mussten von den Grünen bis zur CDU alle an Bord sein, damit diese Reform den Bundesrat passieren konnte. Und das ist halt ein Riesenproblem. Die Menschen wählen den Bundestag dann in Zukunft auf fünf Jahre. Aber trotzdem kann die Mehrheit im Bundestag dann fünf Jahre lang die entscheidenden Fragen unseres Landes nicht selber entscheiden, weil der Bundesrat ständig reingrätscht. Und zwar nicht etwa, um die Landesinteressen zu schützen. Das wäre ja eigentlich seine Aufgabe, sondern aus parteipolitischen Motiven. Und nur damit, dass keiner falsch versteht, das ist keine Grätsche gegen die Union. Das macht die Union oder hat die Union... Das haben alle gemacht. Das haben alle gemacht. Die Union hat das jetzt konkret beim Bürgergeld gemacht. Aber es ist ein generelles Problem. Und da, ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt, aber ich glaube, Philipp, du legst da echten... oder Sandra, vor allem, wie du das einschätzt, also ich finde, Philipp legt da echt einen Finger in die Wunde. Diese Verantwortungsdiffusion, die muss auf jeden Fall mit einem, quasi bei Gelegenheit dieser Verlängerung auf fünf Jahre mit angegangen werden. Also ich stelle fest, dass auf jeden Fall, Ulf, dein Plädoyer, wenn wieder eine Wahlrechtskommission eingesetzt wird, das dick und oben mit auf dem Zettel zu haben. Ich muss generell sagen, dass ich nicht besonders zuversichtlich bin, dass man in einer Demokratie, dass man das schafft, das Thema Verantwortungsdiffusion einzuengen und zurückzudrängen. Das ist ja eben eigentlich ja auch Teil der Idee, dass das alle mitbestimmen, dass alle gehört werden. Und gerade das, was wir jetzt ja viel erleben, also nach dieser langen Zeit CDU-angeführter Regierung, dass im Prinzip immer, wenn jetzt im Moment eine Vertreterin oder ein Vertreter der Ampelpartei den Mund aufmacht, sich zu einem Sachthema äußert, Volker Wissing zum Verkehr. Erster Satz ist immer, ja, ich habe alles in sehr unbefriedigender Lage vorgefunden. Thema Klimaschutz. Robert Habeck sagt eigentlich immer vorweg, ja, wenn man das Thema mal bei Zeiten angegangen wäre, jetzt weiß ich zum Beispiel in dieser Heizungsdiskussion. Und ich glaube, also das Thema und natürlich auch das Riesenthema Abhängigkeit von Russland und der ganze Russlandkurs der Vorgängerregierung, spielt ja quasi eigentlich auch in jedem Interview, das wir dazu führen im Deutschlandfunk, spielt ja auch eine Rolle. Ich wäre da nicht so zuversichtlich, dass wir da das, was ihr Verantwortungsdiffusionen nennt und was ich in anderem Kontext auch einen absolut sinnvollen Bezug finde. Ich weiß nicht, ob man das so eingeengt, zurückgedrängt bekommt. Also ich meine, die Beispiele, die du nennst, sind doch schon ganz gute Beispiele. Da ist die Verantwortung relativ klar. Es ist relativ unbestritten, wer dafür verantwortlich war, dass wir bei dem Windausbau nicht so vorangekommen sind, wie das aus heutiger Sicht notwendig gewesen wäre. Es ist relativ klar, wie es zustande gekommen ist, dass wir in diese Abhängigkeit von Russland gekommen sind. Ich glaube auch nicht, dass man die Verantwortungsdiffusion komplett los wird und dass jede Entscheidung immer auf eine Person zurückzuführen sein soll. Aber ich glaube, dass man an bestimmten Schrauben, und das, was Ulf skizziert hat, ist eine davon, nachjustieren kann, um Verantwortung klarer zu markieren und dort Leute mitreden zu lassen, wo sie auch gewählt wurden. Und wenn man jetzt zum Beispiel im Bundesrat sagt, bei diesen Zustimmungsgesetzen, der Bundesrat muss nicht mit absoluter Mehrheit zustimmen. Wir brauchen keine absolute Mehrheit der vertretenen Länder oder der Stimmen der Länder, sondern es reicht eine relative Mehrheit. Es reicht einfach, die Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu haben. Und wenn sich dann ein Bundesland enthält, weil da, weiß ich nicht, die Union in der Opposition im Bundestag ist, die Union in der Regierung in Baden-Württemberg oder so, wenn die sich dann enthalten, dann ist die Enthaltung eine Enthaltung und kein Nein, weil es einfach trotzdem reicht, wenn eine Mehrheit der Stimmen der Länder für dieses Gesetz sind. Ja, also das finde ich tatsächlich einen super Vorschlag, Philipp, zu sagen, wenn man geht an diese vier Jahre ran, macht daraus fünf und sagt dann zugleich, der Bundesrat muss nur noch mit relativer Mehrheit zustimmen, damit Enthaltungen wirklich Enthaltungen sind und kein Nein. Also ich habe vernommen, deine Bedenken, wenn es darum geht, die Verantwortungsdiffusion zu bekämpfen. Aber es gibt ja noch ein zweites Problem, zu dem diese bisherigen hohen Hürden im Bundesrat führen, nämlich den sogenannten Reformstau. Es ist ja nun nicht so, dass wir in Deutschland quasi immer ganz vorne vor der Welle schwimmen, wenn es darum geht, unser Land an Herausforderungen der Zukunft anzupassen, ob das Digitalisierung ist oder was auch immer. Die Lage ist voll davon. Und dieser Riesenreformstau hat eben auch damit zu tun, dass es so wahnsinnig schwer ist, Dinge durch den Bundesrat zu bekommen. Also du hast völlig zu Recht darauf hingewiesen, generell glaube ich, ist es in der Demokratie immer schwer, Leute davon zu überzeugen, Macht abzugeben. Aber hier geht es ja nicht darum, dass Leute sagen, ich habe weniger Einfluss, sondern es geht ja darum, die Bundestagsmehrheit zu stärken. Und jede Partei hat ja die Hoffnung, mal in der Bundestagsmehrheit zu sitzen. Und mal ganz ehrlich, ich glaube, für die Ampelleute war das mega frustrierend, dass sie einen schönen Bürgergeldreformvorschlag machen und der einfach dann von der Union bis zur Unkenntlichkeit verwaschen wird. Und das kennt die Union andersrum genauso. Und deswegen, da habe ich die Hoffnung, dass die Unionsleute dann einfach sagen, okay, wir geben unsere aktuelle Blockademacht im Bundesrat ein Stück weit auf, aber dafür können wir dann halt auch regieren, wenn wir im Bund wieder am Bruder sind. Ja, absolut spannender Punkt. Ich wollte euch noch ansprechen auf den Frauenanteil hier in dieser Runde. Der ist ja mit 33 Prozent Komma-Periode deutlich niedriger als der in der Bevölkerung, was ja die große Gemeinsamkeit ist auch zum Bundestag. Da wollte ich jetzt den Bogen noch mal schlagen zu dem... Aber im Bundestag, ich habe die Zahl jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber so wahnsinnig viel über 30 sind es da auch nicht gerade, oder? 34,7 Prozent. Ich wollte ganz elegant den Bogen schlagen, tatsächlich nochmal zu diesem letzten wichtigen Punkt dieser Wahlrechtskommission. Denn die hatte ja diesen Auftrag, da zu schauen, was denn Ideen wären, um den Frauenanteil zu steigern. Und da könnte ich jetzt also ganz nüchtern zu Protokoll geben. Es gab eine Mehrheit in dieser Kommission, dass es ein Bedarf besteht, den Frauenanteil zu erhöhen. Aber es gab keine Mehrheit für irgendeinen Weg dorthin, für irgendwas, was sozusagen nach konkretem Konzept klingen könnte. Und also darüber war dann natürlich auch große Ernüchterung da. Also Stichwort konkretes Konzept. Da gibt es ja durchaus schon Vorschläge, die in zwei Bundesländern mal probiert worden sind, in Brandenburg und Thüringen. Nämlich die sogenannten Paritätsgesetze. Waren die denn nicht Thema in der Kommission? Also die waren Thema, soweit ich es verfolgt habe. Aber also was jetzt eben die Enttäuschung, also vor allem für die Vertreter von Grün, Rot und Rot war, war, dass es eben diese Mehrheitsmeinung dafür gab, da müsste man eigentlich mal ran. Aber also trotz aller guter Arbeitsatmosphäre gab es eben keine Idee, auf die man sich jetzt mehrheitlich hätte verständigen können. Also vielleicht nur noch einmal, dass für die Menschen, die mit dem Stichwort Paritätsgesetz noch nicht so viel anfangen können. Das bedeutet, dass Wahllisten, Landeslisten für die Bundestagswahl quasi abwechselnd von Menschen männlichen und weiblichen Geschlechts besetzt werden müssen. Das ist so ein bisschen die Idee in der Hoffnung, dass dann unter dem Strich sich der Anteil der Frauen im Bundestag den 50 Prozent wenigstens langsam, aber sicher annähert. Man kann damit nicht verhindern, dass quasi Direktkandidaturen weiterhin von den jeweiligen Kreisverbänden der Parteien mit einem Geschlecht mehrheitlich besetzt werden. Ja, das kann man dadurch nicht verhindern. Aber die Idee war, dass man doch das ein bisschen verbessert. Das haben wie gesagt zwei Bundesländer probiert, Brandenburg und Thüringen, die jeweils dann vor ihren Landesverfassungsgerichten damit gescheitert sind. Das muss man sagen. Also es gibt Stellungnahmen von zwei Landesverfassungsgerichten, die diese Paritätsgesetze für unvereinbar mit Wahlrechtsgrundsätzen gehalten haben. Das ist aber höchst umstritten. Und deswegen fand ich das eine total spannende Frage, was diese doch ja sehr hochkarätig besetzte Kommission davon halten. Ja, aber der Punkt ist doch, die Gerichte haben doch nur verboten, dass der Staat vorschreibt, die Parteien müssen. Ach so, ja klar. Wenn die Parteien, und das gibt es ja, viele haben das ja gemacht, wenn die Parteien sich selber entscheiden, wir stellen unsere Listen hier paritätisch auf, dann geht das. Oder? Sehe ich das falsch? Klar, Parteien können das selber regeln. Parteien können das machen, ja. Und in unterschiedlicher Form haben das ja inzwischen auch die meisten Parteien. Auch die Union hat da inzwischen Regelungen getroffen. Ich habe es nicht mehr genau auf dem Zettel welche. Ich glaube, die einzige Partei, die da gar nichts macht, ist bislang doch die AfD. Ja, aber ich dachte, mir ging noch gerade durch den Kopf, Sandra, bei dem, was du so sagtest, quasi so die ganz große Koalition in dieser Kommission, also mit allen im Parlament vertretenen Parteien, war zwar der Meinung, in der Mehrheit, ja sollten wir was machen, können sich aber auch nicht einen Weg einigen. Finde ich, das spricht umso mehr dafür, dann muss das halt die Regierung oder die Regierungsmehrheit im Parlament mal machen, ja, dann ist die Verantwortung klar, dann weiß man, hat es jetzt funktioniert, hat es nicht funktioniert. Und wenn das dann Mist ist, dann wissen die Leute, woher der Mist kam und können ihn abwählen. Ja, ganz genau. Ich wollte auch nicht sagen, dass es keine Ideen und keine Vorschläge gebe, sondern ich wollte eigentlich nur quasi so diesen etwas ernüchternden Kontrast schildern, dass es eben, ja, wie du sagst, diese Einigkeit darüber gibt, da müsste eigentlich was passieren, eben bei diesen 34,7 Prozent. Aber dass eben in dieser Kommission dort kein Weg mehrheitsfähig war, das wollte ich nur sagen. Und ja klar, das ist der Auftrag. Und da, Ulf, du korrigierst mich, wenn ich irre, da sprechen wir ja nicht über die Zweidrittelmehrheit. Da sprechen wir über das Parteiengesetz oder über das Wahlrecht. Und das ließe sich ja mit der Ampelmehrheit auch ändern. Richtig? Ja, absolut. Das ist tatsächlich eine Regelung, die ließe sich treffen im Bundeswahlgesetz. Also natürlich wäre es, wenn man jetzt ohnehin schon ans Grundgesetz rangeht, dann könnte man natürlich auch im Grundgesetz klarstellen, dass eine solche Paritätsregelung tatsächlich grundgesetzkonform ist. Dann wäre quasi diese verfassungsrechtliche Streitfrage schon mit eins abgeräumt. Aber man kann das auch einführen ohne verfassungsändernde Mehrheit, einfach nur im Bundeswahlgesetz. Hat dann aber natürlich, genau wie Philipp es so angedeutet hat, die Perspektive, dass das Bundesverfassungsgericht darüber wird entscheiden müssen. Das ist klar. Ja, also ich finde das total spannend. Aber Sandra, was ist jetzt konkret die Perspektive? Also es ist ja erstmal nur eine Kommission, so letztlich eine Beratung des Bundestags. Also ich denke mal, diese Verlängerung der Legislaturperiode auf fünf Jahre ist ja mehr oder weniger absehbar, oder? Da müsste jetzt halt ein Gesetzentwurf geschrieben werden. Aber da kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass das passieren wird, oder? Das ist ja immerhin schon mal eine Nachricht. Das ist eine Nachricht. Und auch, dass dieser große Block, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben, eben die Verkleinerung des Bundestags, also das ist ja während der Kommissionsarbeit selbst schon in Sack und Tüten gekommen. Das wäre sonst natürlich auch ein ganz großer Block gewesen bei dieser Kommission. Dazu noch der Hinweis übrigens, da verdichtet sich, dass jedenfalls die Grünen das Paket an der Stelle nochmal wieder aufschnüren möchten. Ihr erinnert euch, dass eigentlich ja dieses Reformgesetz aus meiner Sicht, jedenfalls aus Sicht der Lage, aus Sicht vieler Expertinnen und Experten sehr überzeugend ist, mit der einen Ausnahme der Abschaffung quasi der sogenannten Grundmandatsklausel, dass die Fünf-Prozent-Hürde quasi so scharf gestellt wird, dass man sie auch mit direkt gewonnenen Wahlkreisen nicht mehr toppen kann. Da wollen die Grünen nochmal ran, weil sie also im Prinzip genau die Probleme jetzt auch sehen, die wir in der Lage besprochen haben. Und es ist natürlich unklar, inwieweit sie das in der Ampelkoalition tatsächlich durchsetzen können. Denn FDP und SPD fanden ja die Abschaffung der Grundmandatsklausel letztlich super. Das wird nochmal sehr spannend. Auf der anderen Seite, wenn natürlich jetzt das Wahlrecht nochmal wieder angefasst wird, dann könnte man natürlich bei der Gelegenheit auch diesen problematischen Punkt der schon beschlossenen Reform wieder zurückdrehen. Bleibt super spannend. Ja, ganz herzlichen Dank, Sandra. Schön, dass du mit dabei warst. Vielen Dank für unser Gespräch. Können wir öfter mal machen, wenn das deine Zeit zulässt. Ich danke euch ganz herzlich. Hat super Spaß gemacht. Danke. Es ist soweit. Es ist am Start. Es ist vollbracht. Das sogenannte Deutschland-Ticket oder sogenannte euer 49-Euro-Ticket, wie immer ihr wollt, ist am Start. Am 1. Mai ist es losgegangen. Es kostet erstmal 49 Euro pro Monat. Deswegen sagen einige, nennen es nicht 49-Euro-Ticket, weil das vielleicht nicht so bleiben wird, sondern eher so eine Preiserhöhung anstehen könnte. Das war so, was man so aus dem Verkehrsmuseum hören konnte. Das soll eher teurer werden. Viele Menschen fordern aber auch aus sozialen Gründen, es solle doch vor allem günstiger werden. Aber gut, Deutschland-Ticket ist jedenfalls seit vier, fünf Tagen zu nutzen. Die Hochrechnung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen geht dahin, dass bereits weit mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland so ein Deutschland-Ticket gekauft haben. Und darunter seien 750.000, also rund 20 Prozent, die bisher kein Nahverkehrs-Abo besaßen. Tito, ich. Ich hatte keinen Nahverkehrs-Abo mal gefahren, aber ich hatte jetzt nicht so ein Nürnberg-Ticket oder sowas. Ja, same. Ich hatte bislang auch kein Dauerticket, weil ich habe es auch mal ausgerechnet. Also für mich hätte sich das auch nicht gelohnt. Ich fahre praktisch alles mit dem Fahrrad hier in Berlin. Deswegen habe ich nur gelegentlich mal die U-Bahn benutzt. Ich hatte so BVG-Kosten von 10 bis 20 Euro. Ich habe es mir jetzt aber trotzdem mal gegönnt, ehrlich gesagt. Zum einen, weil ich Flatrates halt toll finde. Und zum anderen, weil ich finde, es ist so ein bisschen auch irgendwie, es ist halt the right thing to do. Es fühlt sich einfach richtig an, so eine Nahverkehrspauschale auch zu buchen, selbst wenn man jetzt nicht direkt Geld spart. Also wenn man sich das leisten mag, ist es glaube ich quasi eine gute Tat. Genau, also die Bahn und VDV, also hier Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, die gehen davon aus, dass insgesamt perspektivisch so alles in allem sich 17 Millionen Menschen dieses Ticket zulegen werden. Das ist dann doch schon mal eine Hausnummer. Dafür mussten dann doch aber einige erstmal ihre Technik gerade ziehen. Also die Deutsche Bahn. Ich habe es versucht, einen DB-Navigator zu kaufen. Das hat ein, zwei Tage lang nicht geklappt. Ups. Ja, da gab es Probleme wegen Überlastung. Bitte kommen Sie morgen wieder. Jetzt hat es geklappt, jetzt hat es funktioniert. Gut, es ist immer wieder interessant, dass das ja nicht überraschend kam und es trotzdem nicht funktioniert. Aber hey, jetzt habe ich es und es ist okay. Was geblieben ist bisher, ist die Ticketverwirrung. Ja, es ist einfach nicht so richtig klar, wo gilt was. Also klar ist, die Person, die das Ticket gekauft hat, darf höchst selbst ganz alleine mit dem öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland fahren und sogar mit einigen anderen Zügen des Fernverkehrs ganz ausnahmsweise, wenn die quasi eine Nahverkehrsfunktion haben. Das ist klar. Aber nicht klar ist, was ist denn mit dem Fahrrad, was ist mit dem Hund, darf man möglicherweise noch weitere Personen mitnehmen, was ist mit Kindern und so. Also es gibt bei diesen Tickets, die die Nahverkehrsunternehmen ja jetzt verkaufen, gibt es immer den Kern des Deutschland-Tickets, der gilt tatsächlich deutschlandweit, überall gleich. Und dann gibt es so Extras, die einfach von Verkehrsunternehmen zu Verkehrsunternehmen unterschiedlich sind. Und was macht man, wenn Dinge unübersichtlich sind? Am besten so eine Art Crowdsourcing. Man lässt einfach mal die Weisheit des Internet, die Informationen zusammentragen. Und deswegen gibt es jetzt eine ganz spannende Seite auf GitHub. Ja, GitHub ist ja eigentlich so eine Plattform, auf der Coder-Coderinnen ihren Open-Source-Code teilen, kommentieren, verbessern, austauschen, runterladen, hochladen können. Aber man kann diese Plattform auch benutzen, um einfach gemeinsam, ich würde mal sagen, Buchstaben zu sammeln, Text zu sammeln. Und das haben einige getan. Wir haben das verlinkt. Da gibt es jetzt also eine Seite, auf der sehr übersichtlich und sehr ausführlich dargelegt ist, in welchem Verkehrsverbund man das Fahrrad mitnehmen kann, in welchem man das Fahrrad und den Hund mitnehmen kann und Kleinkinder und den Hund und, 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 und. Könnt ihr euch mal angucken, hilft bei der Orientierung. Das Schöne, finde ich, an diesem Deutschland-Ticket sind einfach die psychologischen Effekte so einer Flatrate. Also die Kosten eines Autos werden ja ganz häufig unterschätzt, weil ist halt bezahlt. Die Kosten fallen natürlich, tanken, tanken, aber viele, viele Kosten fallen halt quasi sowieso an, Versicherung, Kfz-Steuer, Wartung, merkt man nicht so richtig. Und die sind halt schon bezahlt. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich entscheide, fahre ich jetzt Auto oder nicht, da sind diese Kosten sowieso schon angefallen. Und das ist einfach ein starker psychologischer Anreiz zu sagen, komm, jetzt habe ich je schon bezahlt, jetzt fahre ich ja mit dieser Kiste. Und wir hoffen einfach mal, dass was ähnliches jetzt für den ÖPNV passieren könnte. Frei nach dem Motto, ich habe jetzt mein Deutschland-Ticket, es kostet ja nix, fahre ich halt mit der Bahn. Ja, da muss man wirklich mal abwarten, da bin ich auch gespannt. Ich beobachte das auch bei mir. Jetzt hat man die 50,49 Euro da mal rausgehauen. Und das ist ja nicht nur lokal im ÖPNV, sondern es ist ja wirklich Regionalverkehr. Man kann mit den Regionalzügen quer durch Deutschland fahren und so. Dauert, aber geht. Dauert, dauert, aber geht. Ja, dann ist natürlich und bleibt natürlich die soziale Frage, 49 Euro, ist das ein guter Preis? Ja, nein, sollte er sinken, sollte er steigen? Tja, das ist halt die Frage natürlich, was ist insbesondere dem Bund das wert? Was mag er den Ländern zuzahlen? Also ich persönlich finde ja, da muss der Bund sich nochmal genau überlegen, ob er da nicht möglicherweise noch ein bisschen Geld in den Topf werfen möchte bei den Ländern. Und ich persönlich finde, dahin könnte man zum Beispiel eingesparte Subventionen für Verbrenner-Dienstwagen umleiten. Ja, das bringt uns zu einem kleinen Feedback-Blog, den ich ganz interessant fand. Da ging es ja bei uns letztens um genau dieses Dienstwagen-Privileg. Also nochmal die Möglichkeit, einen Dienstwagen privat zu nutzen. Und diese Nutzung pauschal, once and for all, mit einem Prozent des Listen-Neupreises steuerlich nur als Einkommen werten zu müssen. Das ist das Dienstwagen-Privileg. Man muss dann nicht jeden einzelnen Kilometer abrechnen, indem man privat mit seinem Dienstwagen gefahren ist, sondern sagt einfach hier ein Prozent, zack, fertig, Ende, aus. Und es wird dann häufig noch von Arbeitgebern quasi verschärft, das Problem, dadurch, dass sie auch noch eine Tank-Flatrate obendrauf legen. Dass du kriegst noch eine Tankkarte, kannst fahren, so viel du willst. Das machen dann die Unternehmen, aber vom Staat ist dann vor allen Dingen diese pauschalierte Abrechnung über ein Prozent des Listenpreises als Gerd-Welter Vorteil für die private Nutzung eines Dienstwagens. Und da hat sich Rainer gemeldet und der weist nämlich auch auf diesen Flatrate-Effekt hin. Ja, das ist pauschaliert und das soll vereinfachen, das soll einfach verhindern, dass man seinen Dienstwagen privat nutzt und dabei aber dann jeden Kilometer aufschreiben muss, den man verfährt, deswegen pauschal ein Prozent. Aber das ist eben nur die halbe Wahrheit. Er sagt, denn diese pauschale Abrechnung mit ein Prozent kannst du deinen Dienstwagen privat nutzen, die wirkt eben, sagt er, wie eine Auto-Flatrate. Dabei wird die private Nutzung unabhängig von der tatsächlichen Nutzung pauschal besteuert. Man kann also wie auf einer Party so viel Alkohol trinken, wie man will, es kostet nichts mehr. Bei mir selbst habe ich folgendes Verhalten festgestellt. Es werden unnötige Fahrten gemacht, Alternativen, zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel, werden nicht mehr genutzt. Energiesparende Fahrweise wird oft vernachlässigt. Auto steht halt vor der Tür. Und Firma zahlt Flatrate, das war jetzt in Rainers Fall so, weil sonst würde das energiesparende Fahrweise vernachlässigen. Das passiert natürlich nur dann, wenn du auch noch eine Sprit-Flatrate hast. Das kommt auch noch dazu. Aber der Effekt ist, dein Auto steht vor der Tür, das ist der Dienstwagen, der ist von der Firma bezahlt. Du sagst ein Prozent, du musst eh ein Prozent sozusagen als Einkommen davon versteuern. Und dann ist es einfach egal, ob du da mit einem Meter fährst im Monat oder 50.000 Kilometer. Und da ist der Anreiz eben groß zu sagen, komm, ich muss eh die ein Prozent versteuern. Jetzt ist das Auto da, fährst du halt. Ja, und dann gab es natürlich eine Reihe von Leuten, die sagten, naja, eure Argumentation schadet doch tatsächlich dem Mittelstand oder sogar der Mitte der Gesellschaft und so. Und da würde ich nochmal nachhaken und sagen, nein, wir haben ja nicht gesagt, man soll jede steuerliche Vereinfachung oder Vergünstung abstellen, sondern wir haben gesagt, man sollte die ökologisch fokussieren. Man sollte halt einfach diese Förderung nur noch gewähren für Fahrzeuge, die CO2-neutral unterwegs sind, was in der Praxis bedeutet E-Autos. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, ab 2024 gibt es eben diese Privilegien nur noch für E-Autos, dann können sich die Menschen darauf einstellen. Du musst ja nicht in 2024 noch einen Verbrenner kaufen und bei Gott, du solltest es auch nicht tun. Und wenn du es trotzdem tust, dann verzichtest du halt auf die Steuervorteile. Das könnte man also zu 2024 problemlos einführen. Aber das passiert eben nicht. Ja, es gibt bestimmte steuerliche Vorteile, wenn man sich die private Nutzung von E-Autos mit geringeren Sätzen anrechnen lassen muss. Aber es gibt eben immer noch eine großzügige Förderung für Verbrenner, auch im Jahr 2023 und nach den Plänen der Ampel soll das auch weiter gelten. Und diese, sagen wir mal, nur ganz schwache steuerliche Subvention für Elektroautos oder diese jedenfalls nicht hinreichenden Anreize und diese fortbestehenden Anreize, Verbrenner zu kaufen, die haben eben drastische Folgen. Wenn man sich anschaut, wie es denn so um die Quote der Fahrzeuge bei den Neuzulassungen bestellt ist, zum Beispiel in Norwegen, ratet mal, wie viel Prozent der neu zugelassenen Autos in Norwegen Elektroautos sind. Das waren in 2022 volle 87 Prozent. Ja, und man muss dazu wissen, von den Autos, die in Deutschland neu zugelassen werden, also ich rede jetzt hier März 2023, waren 67 Prozent gewerbliche Halter. 67 Prozent. Das heißt, die Autos, die neu auf den Markt kommen, die gekauft werden, werden in ihrer großen Mehrzahl von zwei Drittel von Firmen gekauft. Das sind Firmenwagen. Genau, das heißt, das ist schon eine zentrale Stellschraube. Das ist eine zentrale Stellschraube. Wenn du da sagen würdest, dieses Dienstwagenprivileg, diese attraktive Versteuerung des privaten Nutzens, gibt es nur noch für E. Dann wäre das innerhalb von wenigen Jahren völlig vorbei mit den Verbrennern, aber genau da traut sich die Politik nicht. Wie gesagt, in Norwegen sieht es anders aus, 87 Prozent E-Autos. Wir haben natürlich jetzt nicht das norwegische Steuerrecht nachrecherchiert, aber ganz offensichtlich sind die Anreize da völlig andere. Wahrscheinlich ein besseres Netz und so, Ladenetz und so. Aber gut. Schweden 33 Prozent, Anteil an den Neuzulassungen elektrisch. China, Dänemark, ein Viertel, 25 Prozent. In Deutschland hingegen nicht etwa Elektro-Boom, nein, Verbrenner-Boom. Anteil der E-Autos im März 2023, bei den Neuzulassungen nur knapp 16 Prozent. Nur gut die Hälfte dessen, was wir in China sehen und überhaupt nicht nennenswert im Vergleich zu den 87 Prozent in Norwegen. Fragt sich, woran liegt das? SZ schreibt, denn bei all den Transformationsbemühungen ist der Anteil an Elektroautos bei den deutschen Herstellern meist nicht einmal zweistellig. Das heißt, das Angebot an Elektroautos bei deutschen Herstellern ist zu niedrig, vor allem im Niedrigpreissegment. Also wenn du ein günstiges Auto, was irgendwie 150, 200 Kilometer Reichweite und mal schnell so Polo-Klasse oder so. Oder noch kleiner. Oder noch kleiner. Gibt es fast nichts von deutschen Herstellern. Da gibt es natürlich von Renault gibt es da was und so, aber auch schwierig. Aber auch schwierig. So Porsche und so, die verkaufen Verbrenner, als gäbe es kein Morgen. Die haben gerade wieder ihre Zahlen gemeldet. Umsatzzahlen, Gewinnzahlen geht alles komplett durch die Decke. Absatzsteigerungen bei Verbrennern gehen komplett durch die Decke. Nicht nur bei Porsche, auch bei den anderen. Und dem gegenüber muss man sagen, die Steigerung bei den Elektroautos Neuzulassung 22, also letztes Jahr, weltweit war plus 55 Prozent. Muss man sehen. Die Hälfte obendrauf, also ein ganz drastischer Anstieg bei den Neuzulassungen. Nicht bei der Quote jetzt, sondern das war jetzt die Zahl der Neuzulassungen. Allerdings diese Steigerung bei den Neuzulassungen geht in erster Linie auf das Konto, zum einen des chinesischen Markts. Da hat sich die Zahl der Neuzulassungen fast verdoppelt, plus 82 Prozent, und des Marktes in Nordamerika. Auch in den Vereinigten Staaten, wo man ja denken könnte, Autoland, unglaublich lange Distanzen, schwierig für E, weit gefehlt. Plus 48 Prozent. In Europa hingegen konnten Voll- und Teilelektriker, wie das Automotorsport so schön schrieb, also dann Hybride, lediglich um 15 Prozent zulegen. Nicht plus 82, nicht plus 48, nein, nur plus 15 Prozent. Und im europäischen Mittel sind bei den Neuzulassungen sogar nur etwa 10 Prozent der Fahrzeuge elektrisch. Und da gibt es sogar in Europa ein paar echte E-Muffel, die noch schlimmer sind als Deutschland. Ja, Tschechien, Slowakei, solche Leute. Liegt wahrscheinlich, vermutlich am schlechteren, schlechten Ladenetz. Das ist dann halt dieses Henne-Ein-Problem. Wenn sie nirgendwo laden können, dann kaufen sich die Leute auch kein E-Auto. Und wenn es keine E-Autos im Markt gibt, dann ist der Anreiz niedriger, auch Ladeinfrastruktur aufzubauen. Ja, aber das große Problem ist natürlich ein wirtschaftspolitisches. Das hatten wir in der letzten Woche auch zitiert. Da gab es ja dieses Feedback hier, meine Güte, diese Umweltpolitik ist doch schlecht für die deutschen Hersteller und so weiter und so weiter. Und wir leben aber nun von BMW und Co. Und deswegen wählen wir Parteien, die es mit den deutschen Herstellern gut meinen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr am Zweifeln, ob das überhaupt einfach nur vom Befund her stimmt. Denn die Schwäche auf den Heimatmärkten, die Schwäche beim Verkauf von E-Autos, die fällt den deutschen Herstellern international voll auf die Füße. Das war zuletzt zu besichtigen bei der Automesse in Shanghai, wo die deutschen Autohersteller nach Bekunden aller Zeugen extrem schlecht ausgesehen haben. Da muss man wissen, 25 Prozent der Neuzulassungen in China sind mittlerweile elektrische Autos. Ein Viertel der neu zugelassenen Autos in China sind mittlerweile elektrisch. Die deutschen Hersteller haben mit fossilen Antrieben einen großen Markteinteil in China, knapp fast 20 Prozent. Bei den elektrischen Autos ist ihr Anteil fünf Prozent. Also weit hinter dem, was sie aus den fossilen Märkten gewohnt sind. Unter den zehn meistverkauften Elektroautos in China ist keiner aus Deutschland, keiner von der deutschen Marke. Tja, mit anderen Worten, die zögerlichen Anreize für E-Mobilität schaden nicht nur dem Klima. Sie schaden nicht nur dem Anteil von E-Autos am Autoverkauf insgesamt in Deutschland. Nein, diese zögerlichen Anreize haben auch dazu geführt, dass deutsche Hersteller die Wände weg vom Verbrenner lange Zeit verschlafen haben. Und nun gibt es einfach sehr viel Konkurrenz, zum Beispiel aus China. Und diese Konkurrenz zieht an den deutschen Herstellern vorbei. Aber das Problem ist eben nicht, dass der Wind sich gedreht hat und jetzt der Trend hingeht zu E-Mobilität. Das Problem ist, dass die Politik in Deutschland es völlig verpennt hat, die entsprechenden Anreize zu setzen. Und deswegen die Hersteller viel zu spät aufgewacht sind. Also ich persönlich fahre sehr gerne auch ein deutsches Elektroauto. Ich mache jetzt mal keine Schleichwerbung. Also ich würde nicht nur sagen, dass die schlecht sind, aber sie sind einfach spät dran. Und chinesische Hersteller oder Tesla oder so, die sind halt einfach technologisch eine ganze Ecke weiter. Und da kann man wieder sehen, nein, es ist eben nicht richtig, einfach keine Vorgaben zu machen, die Dinge laufen zu lassen. Sondern Industrie braucht klare Vorgaben, sonst funktioniert es einfach nicht. Aber das sieht man ja auch. Werbepumpenhersteller Fissmann wird jetzt verkauft, weil er zu spät aufgewacht ist mit den Wärmepumpen. Hat halt jahrzehntelang Gas gemacht. Warum hat er Gas gemacht? Natürlich, weil es auch betriebliche Fehlentscheidungen gab. Aber er war eben in einem Kontext, wo alle gesagt haben, wo die politischen Signale klar waren. Wir bauen eine zweite Pipeline nach Russland, Gas bleibt billig, kostet irgendwie nichts. Das wird sich auf die nächsten Jahrzehnte auch nicht ändern und so weiter. Das waren die Ansagen und deswegen haben die halt diese Entscheidung getroffen, die sie getroffen haben. Wären die Ansagen andere gewesen, so wie sich jetzt das ja ändert, ändert sich auf einmal die Firmenpolitik. Und bei deutschen Autos, glaube ich, ist das ähnlich. Das war's für diese Woche. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Lage der Nation. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein paar Sternchen in der Podcast-App eures Vertrauens. Und denkt dran, es gibt ein E-Bike zu gewinnen bei unserer Verlosung unter allen Menschen, die Einlage Plus haben. Bis ganz bald. Schönes Wochenende und tschüss. Schönes Wochenende macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.